Okay, eine Frage, bevor wir hier anfangen und loslegen. Wer von euch war bereits in der Schweiz? Warum lauft ihr mir nach? Sowas sollt ihr doch nicht tun. Ihr sollt Jesus nachlaufen, nicht mir. Jetzt kommt ihr in die Schweiz, jetzt komme ich hier. Wo geht ihr das nächste Mal? Nach Brasilien vielleicht? Aber schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich trotzdem. Wenn ihr mich fragt, was ich die nächsten heute und morgen predigen werde, dann sage ich euch keine Ahnung. Ich habe nicht Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Die letzten vier Tage waren sehr, sehr, sehr intensiv. Am Samstag, glaube ich, war es, da habe ich acht Stunden durchgedient, ohne eine einzige Minute Pause. Nicht essen, nicht trinken, direkt acht Stunden durch. Die waren sehr intensiv und dann, abgesehen von den Veranstaltungen, waren wir auch noch ständig bei Leuten und die Debbie ist so k.o. Ah, danke, jetzt wird es toll. Yay! Und meine liebe Debbie, die ist hier mit mit mir. Ich bin so viel in meinem Leben gereist ohne sie. Vom Natürlichen her möchte ich nie wieder ein Flugzeug sehen und schon gar kein Hotel mehr. Aber ich mache das, weil der Herr ist mir beauftragt. Er hat mich dazu beauftragt. Aber Debbie ist diesmal auch mit. Nur wir sind hier angekommen, wir sind direkt angekommen, also direkt vom Gottesdienst, erst aus der Schweiz direkt angekommen. Und Debbie hat gesagt, ich bin so k.o. Bitte lass mich heute hier ausruhen. Weil wenn ich heute Abend mit ihr mitgehen muss, dann schleppe ich ihn morgen den ganzen Tag durch. Und Mittwoch früh geht es schon wieder zurück nach Hause, ab nach Brasilien, dann am Donnerstag früh, Mittwoch zurück nach Österreich, dann ab nach Brasilien. Und sie hat gesagt, ich schleppe mich morgen den ganzen Tag, sag den Leuten doch, ich bitte um Entschuldigung. Also entschuldigt ihr sie? Gut, danke. Ich werde ihr das sagen. Morgen wird sie hier sein, den ganzen Tag. Und es geht uns sehr gut. Okay, wahrscheinlich kennt ihr mich alle, sonst wäret ihr ja nicht hier. Nehmt mich mal an. Zumindest kennen viele von euch mich vom Internet, aber ihr kennt mich nicht wirklich. Aber zumindest habt ihr von mir gehört, irgendwie seid ihr eingeladen worden und jetzt seid ihr hier. Also ich bin der Reinhard Hitler, Österreicher, der in Brasilien lebt, seit 8,5 Jahren und wir bauen dort Waisenhäuser. Einer der Hauptgründe, warum ich eigentlich hier bin, ist heute, also ich gehe ein bisschen zurück. Im 2020, im Januar, mein Flugzeug landete gerade im Sao Paulo, war gerade im Landeanflug in Sao Paulo und ich war einer, der die sozialen Medien gehasst hat, also verabscheut hat. Ich hatte fast so ein bisschen eine Philosophie, das ist alles vom Teufel. So Instagram, YouTube, Facebook, das mochte ich nicht, 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 gar nicht. Und mein Flugzeug landete in Sao Paulo und der Herr sagte beim Landeanflug vom Flugzeug zu mir, sagte der Herr Folgendes, Reinhard, du musst die sozialen Medien verwenden. Und ich habe gesagt, okay, dann tue ich das. Ich habe ihn mir angewöhnt, vor vielen, vielen Jahren, wenn der Herr was sagt, nichts mit ihm diskutieren, schnell handeln. Also nicht noch ein Zeichen erwarten und noch eine Bestätigung. Wenn er einmal was sagt, brauchen wir keine Bestätigung mehr. Sobald er sagt, mach das, mache ich das. Ich denke auch gar nicht an die Konsequenzen. Wenn ich an die Konsequenzen denken würde, der Handlung, die ich gemacht habe, hätte ich wahrscheinlich 80% der Dinge nie gemacht, die ich gemacht habe in meinem Leben. Und als er gesagt hat, gehe nach Brasilien, habe ich gesagt, Koffer packen, geh mal. Und er hat gesagt, verwende die sozialen Medien. Ich habe gesagt, okay, mache ich. Aber schick mir die Leute. Denn ich wusste ja nicht einmal, wie die Sachen funktionieren, weiß ich bis heute noch nicht. Ich weiß nicht mal das Passwort zu meinem eigenen Instagram-Account. Stell dir mal das vor. Keine Ahnung. Und ich habe gesagt, okay, Herr, ich gehorche dir. Und habe einfach den Glaubensschritt genommen. Und heute haben wir 15 vollzeitliche Mitarbeiter, die sich nur um diese Dinge kümmern. Stell dir vor, 15 Leute angestellt, die nur, oder 17 glaube ich sogar, die nur diese Sachen machen. YouTube und Vertonung und Video und Mentoring und so weiter und so fort. Und der Herr hat mir wirklich auch die besten Leute geschickt. Und die Zeugnisse, die wir bekommen haben, die Menschen, die sich bekehrt haben, ist einfach unbeschreiblich, was in den letzten zwei Jahren, wie viele Wunder wir da erlebt haben. Und ich bin mir herzlich dankbar, dass ich gehorsam war. Aber dann kam noch etwas dazu. Nämlich, ich habe so einen Eindruck gehabt, aus ist es mit dem Reisen. Nichts mehr. Und ich habe auch gespürt, dass das war, was der Herr wollte. Ich bin ja ständig gereist, also in der Regel mindestens einmal, oft zweimal pro Woche auf irgendwelchen Konferenzen, von Stadien gefüllt mit 55.000 Leuten bis kleinere Gruppen. Aber ich war immer nur unterwegs und habe auf Konferenzen gepredigt. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, aus, fertig, es wird nicht mehr gereist in Brasilien. Und ich habe meiner Assistentin sofort gesagt, jede Anfrage, die kommt, um irgendeinen Predigtdienst, antwort einfach nein. Der Reinhard predigt nirgends mehr, er reist nirgends mehr hin. Er hat mehr als genug Arbeit mit den Brasilien Kids Care, unseren Waisenhausern, die wir gründen und all den anderen Dingen, die wir machen. Und dann kam, außer Polen, seit 20 Jahren war ich ja ständig in Polen, sehr, sehr involviert, einige von euch wissen das sehr bestimmt, da war ich ständig in Polen. Und dann kam das Jahr 2022. Und Anfang, oder 2021, ja, es ging so 2021 zu Ende. Und der Herr begann eines Morgens zu mir zu sprechen. Ich saß in meinem Jesusstuhl, wo ich Zeit mit Jesus verbringe. Und als ich dort in diesem Stuhl sitze, sagt der Herr zu mir, Reinhard, du bist mir ungehorsam. Das war wie ein Dolch in meinem Herz. Wer will denn Jesus ungehorsam sein? Der sagte, Reinhard, du bist mir ungehorsam. Und ich sagte, Herr, wo bin ich dir ungehorsam? Er hat gesagt, ich habe dir gesagt, jetzt ist deine Zeit, um in das deutschsprachige Volk zu investieren. Und du tust es nicht. Und ich brachte zusammen auf meinem Stuhl und heulte, und heulte, und heulte. Und ich wusste, das Einzige, was ich loslassen kann, war Polen. Ich kann unsere Waisenhausarbeit nicht loslassen, ich kann unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen nicht loslassen. Und ich musste mich entscheiden, Polen oder Gott gehorchen. Und ich habe mich dann entschieden, okay, dieses Kapitel meines Lebens, mein Investment in Polen wird geschlossen. Ich habe sofort auch mich in Polen gemeldet und habe gesagt, sorry, ich komme nicht mehr. Ich komme nicht mehr, das war es. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Und von dem Augenblick an, was Gott durch mich in der deutschsprachigen Welt getan hat, ist unerstaunlich. Die Zeugnisse, die wir ständig bekommen, die Menschen, die sich bekehrt haben, die Leidenschaften für Jesus, die neu entfacht sind in so vielen Menschen, hat mich zutiefst berührt. Und wenn Jesus nicht gesagt hat, jetzt ist eine Zeit für das deutschsprachige Volk, wäre ich heute nicht hier. Denn wir haben mehr als genug Arbeit und mehr als genug zu tun. Und wir tragen eine tiefe Überzeugung in unserem Herzen. Eine tiefe, 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 tiefe Überzeugung. Debbie und ich, dass jetzt ist die Zeit gekommen für das deutschsprachige Volk. Es ist unsere Zeit. Und Debbie und ich sind dabei, sehr viel beten, nachdenken, reden, wie wir die nächsten Jahre planen werden. Und wir denken, ich sage es mal nicht, Gott hat es so gesagt, aber wir denken, dass wir vielleicht in eineinhalb, zwei Jahren die Hälfte des Jahres in Deutschland leben werden und die Hälfte des Jahres in Brasilien. Unser Herz brennt so sehr für das Volk, das meine Sprache spricht. Und wisst ihr, ich bin Gott so unendlich dankbar für das, was er tut. So dankbar. Vielleicht bist du heute hier und bist du heute hier, weil du halt mich predigen hören willst. Ich möchte dir gleich am Anfang sagen, wenn du gegen mir gekommen bist, gehst du in Deutschland. Wenn du gegen Jesus gekommen bist, gehst du nicht in Deutschland. Alles, was du mitnehmen kannst, diese nächsten zwei Tage, musst du mitnehmen, wenn Jesus es durch dich mir gegeben hat. Nicht, weil ich es dir gegeben habe. Das muss euch so klar werden. Bis zum Jahr, im Jahr 2014 gab der Herr mein prophetisches Wort, dass die Gemeinde ganz stark erschüttert werden wird. Ich habe das auch öffentlich dann prophezeit. Und im Dezember 2019 stand ich auf einer Bühne, auf einer großen Bühne, in einer tollen Gemeinde in Sao Paulo und mitten in der Predigt, der Heilige Geist hat mich erfasst und ich begann zu weissagen. Und mein Daniel, der übersetzt hat, der war noch perplex, der schaut mich an und sagt, bist du sicher, das willst du sagen? Und ich habe gesagt, ja. Und der Herr hat mir prophetisch gezeigt, dass im Jahr 2020 die Gemeinden zusperren werden. Und alle haben gesagt, das ist doch absurd, wie kannst du so etwas prophezeien? 2020 weltweit wurden die Gemeinden geschlossen. Und wisst ihr, als der Herr gesagt hat, die Gemeinde wird erschüttert werden, da hatte ich ein Dilemma. Ich habe das öffentlich prophezeit, weil ich gewusst habe, es ist vom Herrn. Aber dann dachte ich mir, um Himmels Willen, wir lieben doch die Gemeinde. Sie ist seine Braut, er liebt sie über alles. Ich habe gesagt, Herr, schau, wie ich mit dem Herrn rede. Ich habe gesagt, Herr, bitte tu das nicht. Tu doch die Gemeinde nicht erschüttern, ich habe sie doch so gern. Herr, bitte, warum willst du die Gemeinde erschüttern? Und der Herr hat zu mir gesagt, die Gemeinde ist voll von menschlicher Kraft und mangelt meine Kraft und ich kann nicht länger zusehen. Und alles wird erschüttert werden, damit das, was von Menschen gebaut ist, das, was Menschenwerk ist, nicht mehr Bestand haben wird in der Gemeinde. Und meine göttliche Kraft wird in der Gemeinde sichtbar werden. Und wisst ihr, wir sehen jetzt so klar, ich sehe mit meinen prophetischen inneren Augen so klar und so herrlich, wie Jesus Christus seine Gemeinde baut. Menschen haben es versucht die letzten Jahrhunderte und da ist nichts Gescheites rausgekommen. Jetzt ist er an der Reihe. Er baut seine Gemeinde und er baut eine Gemeinde, die rein ist, die heilig ist, die ohne Flecken ist, ohne Runzel ist und wo es kein Konkurrenzdenken mehr gibt. Meine Gemeinde. Denk mal, meine Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Und als ich vor zwei Jahren in unserer Stadt, wo wir vorher lebten, in Guayana, gepredigt habe, ich stand auf der Bühne, da hatte ich keine Ahnung, was ich predigen werde. Und die Leute fragten, was willst du predigen? Der Pastor fragte, was willst du predigen? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Weißt du, es ist halt so, vor vielen Jahren kam ein Prophet in unsere Gemeinde in Österreich und die holte mich hier raus. Und ich habe übersetzt für ihn und er sagte, ich brauche einen anderen Übersetzer, ich brauche einen anderen Übersetzer. Ich holte dann meinen Bruder her und er hat über mich zu prophezeien begonnen und er hat gesagt, der Herr werde ich an viele Orte dieser Welt schicken. Als ein Prophet Gottes und er hat gesagt, manchmal wirst du wissen, was du zu sagen hast, bevor du hinkommst. Manchmal wirst du wissen, was du zu sagen hast, wenn du ankommst. Aber manchmal wirst du erst wissen, was du zu sagen hast, wenn du oben am Pult stehst. Und von diesem Augenblick habe ich mir gesagt, nur das zu sagen, was ich weiß, dass er sagen will. Und wenn ich nicht weiß, dass er was sagen will, dann plaudern wir über irgendetwas und gehen wir wieder nach Hause. Und ich kam dort hinein in diesen Gottesdienst und plötzlich hat der Herr zu mir gesagt, Hallo Christian, mein lieber Freund, schön dich zu sehen. Und ich ging dort hinein und ich schnappte das Mikrofon und ich hörte in meinem Geist, ich hörte das Brüllen eines Löwen. Und ich sagte, Herr, was ist das? Und er sagt, das bin ich, der Löwe vom Stamme Judah. Und ich habe gesagt, Herr, was brüllst du da? Und er hat gesagt zwei Dinge, lass mein Volk ziehen und gib mir meine Braut wieder zurück. Und mir wurde plötzlich bewusst, dass so viele Menschen die Braut für sich geraubt haben. Meine Gemeinde, mein Werk, mein Dienst. Hör zu, die Braut gehört niemand anders als dem Bräutigam. Er ist der Einzige, der ein Besitzrecht hat auf die Braut. Der Bräutigam heißt Jesus Christus und die Braut bist du. Und der Herr will seine Gemeinde wieder für sich haben. Er will wieder im Zentrum stehen. Er will derjenige sein, der das Um und Alles ist in seiner Gemeinde. Und wisst ihr, wenn Jesus wiederum seine Braut haben kann, wenn er seine Braut führen kann, wenn er seine Braut leiten kann, wenn er derjenige ist, dem wir gerne die Braut wieder aushändigen, wir als Leiter, dann wird derjenige, dem die Braut ja wirklich gehört, der Bräutigam, wird er das mit ihr tun, was er immer schon vorgehabt hat. Nämlich sie rein zu bekommen, sie heilig zu bekommen, sie voll gefüllt zu haben mit seiner unähnlichen Liebe und sie dann dieser verlorenen, finsteren Welt als etwas Schönes zu präsentieren. Und wisst ihr, die Zeiten werden schlechter werden, die werden viel schlechter werden, aber in den schlechtesten Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, ist für die wahre Gemeinde Jesus Christus die herrlichste Zeit angebrochen. Denn die wahre Gemeinde Jesus Christus, die ist unbesiegbar, die ist unüberwindbar, die kann, egal wo sie durchgeht, geht sie mit erhobenem Haupt durch, weil sie ja dem Bräutigam folgt und keinen Menschen folgt. Weil sie die Stimme des Bräutigams gehört hat, der sagt, komm mir nach, meine Geliebte. Und wisst ihr, wir müssen uns wirklich ständig zu dem Bewusstsein bringen, dass wir gehören einem einzigen und dieser Einzige hat für uns bezahlt und er heißt Jesus. Und er hat eine tiefe Sehnsucht, dass wir mit dieser Intimität mit ihm leben. Er hat uns ja nicht geschaffen, um für ihn zu arbeiten. Er hat uns ja nicht geschaffen, damit wir Lobpreis machen. Er hat ja nicht uns geschaffen, damit wir andere Menschen zu Jesus zu führen. Alle diese Dinge sind ja gut, aber das ist ja nicht der Sinn unserer Existenz. Der einzige Sinn meiner Existenz, weißt du, wie der heißt? So ist es. Kolosser 1, Vers 16. Er, der das Ebenbild dieses unsichtbaren Gottes sagt, Vers 15. Und im Vers 16 steht es dann so wunderbar. Alle Dinge wurden von ihm und für ihn geschaffen. Der Grund, warum du überhaupt existierst, der Grund, warum du in dieser Welt bist, ist nicht, weil dein Papa und deine Mama irgendwann vor vielen Jahren eine schöne Nacht hatten. Der Grund, warum du existierst, ist ein ganz simpler, weil Jesus Christus dich für sich selbst haben wollte. Das ist der Grund deiner Existenz. Das ist die Grundbestimmung jedes einzelnen Menschen auf dieser Erde. Und wir jagen das ganze Leben unserer Bestimmung nach. Herr, was ist meine Bestimmung? Herr, was soll ich tun? Herr, wo sind die Werke? Aber der Herr möchte uns ständig sagen, ich werde dir sagen, was deine Bestimmung ist. Du und ich. Wir zwei. Aber Herr, was soll ich für dich tun? Du und ich. Wir zwei. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn wir mal lernen, dass die Grundbestimmung eines jeden Christen ist, in Intimität mit unserem geliebten Bräutigam zu leben, dann wirst du dir nie mehr wieder die Frage stellen müssen, Herr, was ist meine Berufung? Nämlich, was soll ich tun für dich? Aber Religiosität und Religion hat uns dahingedrillt, dass alles geht ums Tun, anstatt alles geht darum, er hat getan, damit ich jetzt in Intimität mit ihm leben kann. Und wir wurden gedrillt von unserer Kultur her, von unserer Gesellschaft her, von unserem Elternhaus her und dann auch von der Gemeinde her. Tun, 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 tun und noch etwas tun. Und es steht tief in uns, steckt es drinnen. Ja, Herr, ich will meine Berufung erkennen. Und dann jagen wir jahrelang getrieben durch dieses christliche Leben und jahrelang zerbrechen wir uns den Kopf und jagen Propheten hinternach, damit uns irgendein Prophet mal ähnlich das prophetische Wort gibt, das uns in unsere Bestimmung bringt. Und wir verstehen gar nicht, meine Bestimmung ist eine Person und nicht, was ich für diese Person tue. Wisst ihr, als der Herr zu mir gesagt hat vor vielen Jahren, Reinhard, wenn du nie wieder eine Predigt predigen dürftest, würdest du mich genauso lieben? Ich wagte mich nicht, diese Frage zu antworten. Denn ich wusste, Gott will keine Information von mir, er will mir mein eigenes Herz zeigen. Und wisst ihr, es ist so leicht, so leicht, dass wir glauben, unsere Berufung hat mit Tun zu tun, wenn in Wirklichkeit unsere Berufung mit Sein zu tun hat. Und aus dem Sein heraus kommt das Tun. Aber wir glauben, aus dem Tun heraus kommt das Sein. Und so haben wir die Sache völlig verdreht. Aus dem Tun heraus kommt, wer ich bin. Aus dem Tun heraus kommt meine Identität. Aus dem Tun heraus kommt, ja, ich tue was, ich bin Leiter. Jetzt habe ich meine Identität. Ähnlich, ich bin in meiner Berufung. Ich bin Leiter. Ich bin in meiner Berufung. Ich tue das. Und wir reden ständig von Berufung, von dem, was wir tun. Und die ganze Zeit, je mehr wir tun, desto weniger Zeit haben wir für unseren Geliebten, der Tag und Nacht darauf wartet, dass du einfach einmal sagst, Jesus. Jesus, der sich sehnt, danach mit dir in einer Beziehung zu leben, die von Herzen zu Herzen ist. Und weißt du, im Jahr, ganz vor vielen Jahren, mehr als 30 Jahren, arbeite ich für einen ganz außergewöhnlichen Mann Gottes. Jimmy Swaggart hieß der. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Namen kennt, die Älteren vielleicht. Nein, das war schon einige von euch, ja. Ich arbeite vollzeitig für diesen Mann. Dieser Mann führte hunderttausende Menschen zu Jesus. ein außergewöhnlicher Evangelist, wie man es sich nur vorstellen kann. Gestalt mit dem Heiligen Geist, wandelnde der Power Gottes, außer, außer, außergewöhnlicher Dienst. Ich hatte das Vorrecht für diesen Mann, vollzeitlich zu arbeiten. Und dann fiel der Mann in sexuelle Sünde, in Unzucht, alles kollabierte, sein Dienst war zu Ende. Also er machte weiter, aber in Wirklichkeit war es zu Ende. Und ich kann mich erinnern, und ich erfuhr das damals. Ich war gerade frisch verheiratet und ich rannte in mein Schlafzimmer, ich knallte die Tür zu und ich schmiss mich auf dem Bett und ich heulte und ich heulte und ich heulte und ich heulte. Und Debbie kam rein und sagte, was ist los, was ist los? Ich habe gesagt, geh raus, mach die Tür zu, ich will alleine sein, lass mich in Ruhe. Und ich heulte und ich habe ihm gesagt, Herr, wenn ein Mann mit so einer Salbung, wenn ein Mann mit so einem Dienst, wenn ein Mann, der von dir so gebraucht wird, weltweit, auf diese außergewöhnliche Art und Weise, wenn ein Mann wie dieser so endet, was gibt es für mich für eine Hoffnung? Wie werde ich enden? Ich habe gesagt, Herr, bitte, nimm mir jetzt das Leben. Nimm mich in den Himmel, Debbie wird es überleben, dass sie Witwe ist, Kinder haben wir noch keine. Ich will lieber, dass mein Leben jetzt endet, als dass irgendwann einmal mein Leben so endet. Er sagt, Herr, ich habe Angst, wenn diese gewaltigen Männer Gottes so enden, wie werde ich enden? Und in diesem Augenblick sprach Gott zu mir und er sagte, Reinhard, sie haben sich alle verlassen auf ihre Gaben, auf ihre Berufung, auf ihre Salbung, aber sie lebten nicht aus der Intimität mit mir. Und er hat gesagt, vergiss Berufung, vergiss Salbung, vergiss Gaben, darüber brauchst du, dir könntest Sorgen machen, das ist meine Aufgabe. Du machst dir nur um eine Sorgen, dass du mit mir in einer intimen Beziehung lebst. Und von diesem Augenblick seit mehr als drei Jahrzehnten habe ich eine Priorität in meinem Leben und diese Priorität ist eine Person und diese Person folge ich nach. Und von diesem Augenblick wurde mir plötzlich bewusst, wie leicht es geht, dass wir Berufung mit Tun verwechseln, anstatt Berufung mit Sein verwechseln. Mein geliebter Bräutigam sehnt sich nach mir. Und wenn ich dieser Sehnsucht einfach nachgebe und diese Sehnsucht von ihm zu ergreifen beginne in meinem Herzen und wenn ich meine Identität habe, dass ich seine geliebte Braut bin, dass ich sein Geliebter bin, dass ich der angenommene, akzeptierte, geliebte Reinhard bin, wisst ihr, was denn ist? Was immer er will, dass ich tue, das tue ich. Und wenn er will, dass ich nichts tue, tue ich nichts. Und es ändert nichts an meinem Glück. Es ändert nichts an meiner innerlichen Befriedigung. Es ändert nichts an dem, was in mir drinnen ist. Und wenn ich schaue auf der ganzen Welt, wie das Volk Gottes getrieben ist, getrieben ist vom Tun und Schaffen und Machen und Leistung und wie sie ihre Identität in der Leistung haben und nicht in dem, was sie sind, in ihrem geliebten Jesus, der uns ja Vergrundlegung der Welt bereits auserwählt hat, um seine Geliebten zu sein. Und wenn wir diesen Shift machen können, wenn wir dieses einmal in unserem Herzen zu dem Punkt kommen können, wenn wir sagen, Herr Jesus, wenn ich nichts habe außer dich, werde ich glücklich sein bis zum Ende meines Lebens. Wenn wir das nicht schaffen, ich werde euch sagen, in den zukünftigen Zeiten, die auf uns zukommen, werden viele von uns sich sehr, sehr schwer tun, und wenn wir nicht sogar daran zerbrechen werden. Was machst du, wenn Verfolgung kommt und du dich mit niemandem mehr treffen kannst und du keinen Pastor hast und du niemandem mehr hast, der dir noch sagen kann, was du tun sollst? Was machst du, wenn sie das Internet abschalten und du kannst mich nicht mehr predigen hören? Was machst du? Wenn du sagen kannst, wirklich vom tiefsten Herzen, solange ich meinen Jesus habe, geht es mir gut. Er ist mein Alles. Er ist mein Geliebter. Ich wurde geschaffen für ihn, nicht um für ihn zu arbeiten. Und wenn das die Grundessenz deines Lebens ist, wenn das der Antrieb deines Lebens ist, dann wirst du alles, was du tust, nicht damit tun, weil du eben für ihn deine Berufung erfüllen musst, sondern Berufung kommt aus Intimität heraus. Und da hast du Energien, da gibt es kein Burnout, da kann dir nichts genommen werden. Die können dir alles nehmen, was sie wollen, aber deinen Bräutigam kann dir doch niemand nehmen. Und wisst ihr, der Apostel Paulus, der hat das erkannt. Der Apostel Paulus, der hat härter gearbeitet als alle anderen. Aber wie? Er sagte, ich arbeite mehr als alle anderen, aber ich bin sie gar nicht. Die Gnade Gottes ist es in mir. Und in Philippa, im dritten Kapitel, beschreibt dieser Apostel Paulus, wie ihn selbst das ergriffen hat. Der Mann, der so hart gearbeitet hat, der Mann, der so viel gemacht hat, der Mann, der so viel geleistet hat. Sein größtes Bestreben war nicht die Leistung, sein größtes Bestreben war in Wirklichkeit Intimität mit Jesus. Schau dir mal Philippa, Gebetel 3, Vers 4 an, bitte. Philippa, Gebetel 3, Vers 4. Welche Übersetzung nehmt ihr? Ihr habt die Luther. Okay, dann nehmen wir mal die Luther. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Einfach immer weitergehen, bis ich euch sage. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stand Benjamin, ein Hebräer von Hebräern nach dem Gesetz der Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, ungardelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi wie beim Verschaden erachtet. Alles seine Leistung, alles das, was er geschafft hat, alles, was er gemacht hat, ungardelig verkommen. Er hat nicht gesagt, um meines Dienstes willen und habe ich es für Schaden erachtet. Er sagt, aber das, was mir Gewinn war, habe ich worum als Schaden erachtet? Um Christi willen. Hör zu. Je besser du deinen Jesus kennenlernst, desto mehr verliert alles andere seinen Reiz. Ich habe etwas in meinem eigenen Herzen erlebt und ergriffen, wofür ich bis heute noch nie Worte gefunden habe, um es auszudrücken. Ich habe es immer wieder probiert und ich finde die Worte nicht, um dieses Erlebte in meinem eigenen Herzen auszudrücken. Nämlich folgendes, wenn er dein Alles ist, dein Alles, dann kannst du alles genießen, was er dir gibt. Du brauchst aber nichts, um zufrieden zu sein. Du kannst deine Ferien genießen, du kannst dein schönes Haus genießen, du kannst das gute Essen genießen, aber du brauchst kein gutes Essen mehr, um glücklich zu sein. Du brauchst keine Ferien mehr, um glücklich zu sein. Du brauchst nicht mal mehr einen Ehepartner, um glücklich zu sein. Und das ist ein Geheimnis, das kann ich mit Worten nicht ausdrücken. Als ich tot war und als ich beinahe vier Stunden im Himmel war, hat mir Jesus so klipp und klar gemacht, aber so klar gemacht, dass der Einzige, den Debbie braucht, ist Jesus und nicht den Reinhardt. Aber so klar hat er das mal gemacht. Nachdem ich zurückkam in meinen Körper, ich weiß nicht wie viele Monate, habe ich fast jeden Tag Debbie in die Augen geschaut und ich habe gesagt, lehne dich nicht an mich. Hör ähnlich auf damit. Denn sie hat sich an mich gelehnt. Ah, ich bin verheiratet mit dem Reinhardt, ich bin verheiratet mit dem Propheten. Er hört Gott, er macht alles, er hat Glauben für Versorgung. Er, 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 er. Und ich habe monatelang auf sie eingeträchtet. Hör auf dich an, mich zu lehnen. Ich werde das nicht mehr dulden. Denn wenn er wirklich mich nimmt vor dir, du wirst hinfallen, kollabieren. Wie viele Ehepartner verenden im Loch, nur weil der Ehepartner gestorben ist. Denke mal, wenn das ein Nichtchrist macht, ist es verständlich. Aber wie kann jemand im Loch verfallen, der seinen Bräutigam noch mit sich hat? Absurd, oder? Wirklich absurd. Und ich habe zu Debbie gesagt, hör zu, wenn ich nicht mehr bin, dann kollabierst du, wenn du dich an mich gelehnt hast. Lehn dich nicht mehr an mich. An den einzigen, der du dich lehnen darfst, ist an Jesus Christus. Er ist deine Versorgung, er ist dein Bräutigam, er ist dein Ehemann, er ist dein Liebhaber, er ist dein Heiler, er ist alles, du brauchst sonst niemand mehr. Und wenn er dann alles ist, dann kannst du mich als Ehemann auch wahrhaft genießen. Aber wenn er nicht alles wird, alles ist für dich, dann kann ich versuchen, was ich nur will, um ein guter Ehemann zu sein. Und du wirst letztendlich doch immer eine Unzufriedenheit in deinem Herzen haben. Weil dein Herz schreit nicht nach dem Reinhard, dein Herz schreit nach Jesus. Die tiefste Sehnsucht unseres Herzens ist Jesus. Wisst ihr, warum das die tiefste Sehnsucht unseres Herzens ist? Weil wenn alle Dinge für ihn geschaffen wurden, dann heißt das, du wurdest für ihn geschaffen. Und solange er dein Ein und Alles ist, ist dieses Loch innen drinnen. Und wir haben gesagt, ah, nimm Jesus als einen Retter an, dann bist du befriedigt. Das stimmt aber gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich kann dir tausende Christen bringen, die Jesus als Retter angenommen haben, die sind in Depressionen, die sind frustriert, die haben Burnout, die sind K.O., die sind überhaupt nicht glücklich. Jesus, der Retter, macht dich nicht glücklich. Jesus, der Liebhaber, macht dich glücklich. Und wir haben ein falsches Evangelium gepredigt. Ich nehme mir heute mal die Freiheit, hier zu sagen, was ich will. Morgen bin ich ja schon wieder weg. Wir haben folgendes Evangelium gepredigt. Wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt, dass Jesus unser Erlöser ist, der soll errettet werden. Aber das sagt die Bibel ja gar nicht. Wisst ihr, dass die Bibel das gar nicht sagt? Und dann bringen wir Leute dazu, ein Lebensübergabegebet nachzubeten. Und dann wundern wir sie, wundern wir uns, warum sie niemals zu wahren, Glück, zu wahren Erfüllung gekommen sind. Die Bibel sagt nämlich folgendes, im Römer Kapitel 10, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus was ist? Der Herr ist, nicht der Retter ist. Und das Wort Herr im Griechischen ist das Wort Kyrios. Das heißt, er ist jetzt der, der mein Leben meistert und nur mehr er und sonst niemand. Weißt du, dass ich in Wirklichkeit hatte Jesus ja gar nicht von der Sünde gerettet, sondern von dir selbst. Habt ihr das gewusst? Habt ihr nicht gewusst? Ihr kennt doch die Bibel, oder? Isaiah 53. Wir alle gingen in Irre wie die Schafe. Wir alle gingen in Irre wie die Schafe. Jeder ging was? Seinen eigenen Weg. Das Problem war nicht die Sünde, das Problem war, dass du und ich unseren eigenen Weg gegangen bist. Das war das Problem. Aber für wahr, er nahm unsere Schuld auf sich. Die Sünde war ja nichts anderes als die Konsequenz, dass du deinen Weg gegangen bist. War nur die Konsequenz. Wenn du von Anfang an für deinen Liebhaben, für deinen Bräutigam gelebt hättest, wenn du von Anfang gesagt hast, Jesus, du, nur 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 du, dann wärst du nie deinen eigenen Weg gegangen. Und wenn du nicht deinen eigenen Weg gehst, zündigst du auch nicht. Und wir haben diese Sache so verdreht, wir haben die Sache so auf die Art und Weise gepredigt, du bist verloren, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, also bete ein Gebet nach, dann kommst du in den Himmel. Und dann strudeln wir uns ab, 10, 20, 30, 40, 50 Jahre Christenleben, rackeln wir uns dahin und hoffen, dass es immer ein bisschen besser wird. Und dann laufen wir von Erlebnis zu Erlebnis, zu Erlebnis, zu Erlebnis, um etwas Glück zu finden. Ich sage dir, das, was dein Herz sucht, findest du nur in einer Person und diese Person heißt Jesus. Du findest es nirgends anders. Aber wenn du mal alles in ihm gefunden hast, wenn er für dich alles geworden ist, dann kannst du alles genießen, was er dir auf diesem Erdenleben auch gibt. Alles. Die Frau wird hübscher, wenn Jesus dein Ein und Alles ist, ohne Make-up oder mit Make-up, spielt keine Rolle mehr. Der Mann wird plötzlich viel lieber und freundlicher. Wie sehr versuchen wir oft den anderen ändern, weil wir glauben, wenn der sich ändert, geht es mir besser. Wir merken gar nicht, wenn Jesus mein Ein und Alles ist, plötzlich liebe ich alle Menschen. Hör mir zu, wenn du in Intimität mit Jesus lebst, schaffst du es gar nicht, dass du Menschen nicht liebst. Jetzt hat keiner Amen gesagt. Wie willst du in Intimität mit Agape vollkommene Liebe leben und nicht lieben? Erklär mir das mal. Das geht gar nicht. Und wir haben versucht, 100 Regeln und 100 neue Richtlinien aufzustellen. Wir haben versucht, noch ein Gesetz, noch ein Gesetz, noch ein Gesetz. Jesus hat 613 Gesetze ausgelöscht, hat uns ein einziges Neues gegeben, der Liebe und Liebe hat mit Intimität zu tun und das eine leben wir nicht und dafür haben wir uns statt 613, 675 aufgezaubert. Das noch tun und jenes noch tun und das noch und jenes noch tun. Und dann sind wir ausgepowert, wir sind am Ende. Und wir versuchen immer her, warum geht es mir so schlecht? Was habe ich falsch gemacht? Sag dir, was wir falsch gemacht haben. Wir haben ihn aus dem Zentrum herausgenommen. Wir haben Programme da hineingestellt. Wir haben Menschen da hineingestellt. Wir haben uns Götzenbilder geschaffen. Die heißen Gemeinde oder Programme oder Leistung oder Dienst oder Ehemann oder Ehefrau oder Job oder Berufung. Wir haben unser Leben voll gefüllt von Götzen, einem nach dem anderen, haben es gar nicht gemerkt, dass die auf dem Thron unseres Herzens sitzen und dann versuchen wir aus dem Frust herauszukommen. Ich sagte, als sie mir gesagt hat, wann war ich das letzte Mal verzweifelt? Ich dachte mir, verzweifelt, verzweifelt, verzweifelt. Ich kann mich nicht erinnern an einen Augenblick, wo ich verzweifelt war seit unzähligen vielen Jahren. Schwierigkeiten, ja. Prüfungen, ja. Harte Zeiten, ja. Nüsse zu knacken, ja. Aber in all denen mache ich das mit einer Freude in meinem Herzen, die mir manchmal Sorgen macht. Wirklich, ihr lacht da. Vor nicht so langer Zeit saß ich in meinem Jesusstuhl und ich sage, Jesus, wenn das jetzt nicht aufhört, mein Herz verkraftet das nicht. Mein Herz verkraftet so viel Freude nicht. Ich schaffe das nicht. Ich muss ein bisschen zurückschrauben, ein bisschen weniger an dich denken. Wisst ihr, wenn wir nur ergreifen könnten, dass im Grunde genommen das Christenleben ist die einfachste Sache der Welt, Jesus und du. Und wir haben es die komplizierteste Sache der Welt gemacht. Jesus hat gesagt, kommt mit her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich gebe euch 13 der Regeln, wie herauskommt aus dieser Mühsal und aus dieser Beladenheit. Er sagt, kommt her zu mir und lernt von mir. Lernt von mir. Ich bin demütig. Und ich bin verherzt und sanftmütig. Wie lernst du von Jesus, wenn du nicht in der Stille zu seinen Füßen setzt? Wisst ihr, was ich vielen von meinen Leuten, die sehr eng mit mir gehen und meinen geistigen Kindern immer wieder gesagt habe? Ich habe gesagt, hör auf, dir den Kopf zu verbrechen über so viele Dinge, die Jesus gesagt hat und die du gar nicht verstehst. Das sind so viele Dinge, die Jesus gesagt hat. Die hat er nicht zu uns gesagt, teilweise zu anderen gesagt. Die verstehen wir nicht, weil wir die Kultur nicht verstehen. Dann wurden sie teilweise aber sie nicht gut übersetzt und wir zerbrechen uns ewig in den Kopf. Aber Jesus hat es doch gesagt, anstatt zu stillen zu seinen Füßen sitzen und zu sagen, Jesus, ich will dich fühlen, ich will dich hören, ich will dich erleben. Ich bin alles für dich. So einfach ist es. Ich gehe nicht mehr meinen Weg, nur mit deinen. Führe mich, leite mich. Du bist mein guter Hirte. Und wenn wir lernen, dass die Intimität mit Jesus Priorität ist und alles andere aus dem herauskommen muss, wisst ihr, was dann geschehen wird? Dann werden wir sagen wie Paulus, ich achte alles als Schaden um Christi willen. Wenn ich nur Christi ergreifen kann, dann lasse ich alles andere beiseite. Alles andere ist mir inzwischen nicht mehr wichtig. Vor vielen Jahren hat der Herr mir eine so eine prophetische Schau gegeben. Ich saß an meinem Bett, das war 1997. Und plötzlich hatte ich dieses Mischung zwischen Gefühl, prophetischer Sicht und irgendeiner prophetischen Erfahrung und ich sah, dass der Bräutigam nicht mehr im Zentrum der Braut steht. Und ich heulte damals so, ich habe es nicht mal noch verstanden. Ich heulte damals so und ich sagte, Herr, wenn du mich würdig achtest, bitte erlaub mir irgendwann einmal in meinem Leben, dass ich dich wieder zurückzubringen als Zentrum des Christentums. Und wenn Jesus Christus, er die Person für uns zur absoluten Priorität wird, nicht den ersten Platz hat, sondern den einzigen Platz in unserem Herzen, wenn er unser Herz so im Besitz ergriffen hat, wisst ihr, was geschehen wird? Sie können dir alles nehmen, was sie dir nehmen wollen. In deinem Herzen wirst du einfach sagen, Jesus, dich habe ich noch. Danke. Danke. Warum konnte Paulus so viel leiden, wie er gelitten hat, ohne dass es ihn kaputt machte? Keiner der Apostel hat gelitten wie der Apostel Paulus. Und er sagte, ich freue mich in meinen Schwachheiten. Welcher Christ freut sich in Schwachheiten? Derjenige, der erkannt hat, dass er alles ist. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil er und ich, wir sind zusammen stark. Und wisst ihr, je älter ich werde, so scheint es mir, desto wertloser wird mir alles andere im Vergleich zu meinem Jesus. Oh, dass ich ihn nur ergreifen möchte. Gehen wir zurück zu Philippa Kapitel 3, bitte, dort, wo wir stehen geblieben sind. Ich achte alles als Schaden um Christi willen. Und dann macht der Apostel Paulus weiter, ja, ich achte alle, ich achte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meine Herren. Das Wort für Erkenntnis ist nicht einfach eine Erkenntnis, so wie wir Deutsche es gerne haben. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Wir wollen ja alle noch was kapieren und noch was kapieren und noch was kapieren. Reinhard, jetzt habe ich es verstanden. Ah, ich will es verstehen, erkläre es mir. Und unser rationales Denken, das steht uns oft so sehr im Weg der Intimität. Denn dieses Wort Erkenntnis ist im Griechischen, kommt her von dieser Bedeutung Erlebnis. Und Paulus sagt mit anderen Worten, ich achte alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erlebnis Christi. Paulus hat Christus erlebt als den, der der Einzige ist, der für ihn wichtig war. Um seines Willen ist mir alles ein Schaden geworden und ich achte es für Dreck, damit ich was gewinne. Christus, hat er von der Bekehrung gesprochen? Der war ja schon bekehrt. Paulus sprach nicht davon, dass ich Christus gewinne als meinen Erretter. Denn er hatte Christus als seinen Erretter. Paulus sprach davon, dass ich ihn erkenne, erlebe, erfahre, dass er dieser persönliche, intime Teil meines Lebens wird. Darum erachte ich alles für Dreck. Und das Wort Dreck ist ja nicht übersetzt. Denn wisst ihr, was es im Griechischen wirklich bedeutet? Das, was ihr dort draußen auf der Toilette lasst, nachdem ihr gut gegessen habt. Das ist das Wort im Urtext. Und Paulus vergleicht sein tiefes Verlangen nach Christus erleben, Christus zu haben, Christus zu erkennen, ihn besser zu kennen. Und er vergleicht es mit allen anderen Dingen seines Lebens. Und er sagt, Dreck, es ist alles einfach nur Kot. Und weißt du, je länger ich dieser Beziehung mit Jesus nachjage, je länger ich alles, was ich habe, daran setze, ihn zu kennen, ihn zu erleben, ihn zu verstehen, er alles in meinem Leben wird, desto mehr merke ich, alles andere ist einfach nur Dreck. Es ist einfach nur Dreck. Weißt du, der Applaus der Menschen ist nichts. Dass die Leute mir sagen, ah, Reinhard, wie toll, ist nichts. Dass wir 100 Waisenhäuser bauen, ist nichts. Ja, ich liebe die Kinder, die in Brasilien keine Hoffnung haben. Ich liebe sie und ich habe mein Leben verstrieben, so viel ich bin und gehe zu retten. Aber wenn ich das vergleiche mit Jesus zu haben, Jesus zu leben, ist es nichts. Verblasst es alles. Schau, wie der Apostel Paulus weitersah. In ihm gefunden werde, dass ich nicht habe, meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ich möchte ihn erkennen und wiederum ist das griechische Wort erkennen, in Intimität erleben. Ich möchte ihn erleben und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Wie absurd dieser Vers doch ist, wenn du den mal wirklich ganz genau anschaust. Gehen wir bitte zurück zu 10. Schau mal, was der Apostel Paulus sagt. Was? Ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden? Reiner, tag uns nicht von Leiden. Wir haben die letzten zwei Jahre genug gelitten mit der Pandemie. Wer will heute noch leiden? Jesus hat uns doch den neuen Bund gegeben, damit niemand mehr Leiden braucht. Wir wollen nicht leiden. Reiner, du predigst immer, Jesus ist genug. Er hat den neuen Bund gemacht. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung und auf einmal änderst du uns, sagst du, predigst du uns da was vom Leiden? Aber schau dir den Kontext an. Paulus hat gesagt, das Leiden, so werde ich seinem Tod gleichgestaltet. Hör mir zu. Wir glauben, dass das Kreuz auf sich zu nehmen und mit Christus im Tod vereint zu sein, tut weh. Aber es tut nur weh, solange wir uns wehren dagegen. Wenn wir ähnlich ergreifen, dass wenn ich mit Christus in seinen Leiden vereint bin, nicht ich in meinem religiösen Leiden. Wenn ich mit ihm im Tod gleichgestaltet werde, dann gewinne ich ja auch sein Auferstehungsleben. Und die meisten von uns, die leben unser irdisches Leben mit Jesus, der irgendwo ein anderer Jesus ist. Anstatt zu verstehen, wenn ich das Auferstehungsleben Christus leben muss, muss ich mir selbst auch gestorben sein. Da geht es nicht mehr um mich, da geht es nicht mehr um meinen Dienst, da geht es nicht mehr um meine Bonuspunkte, die ich mir sammle bei meinem Gott, damit wenn ich irgendwann mal im Himmel komme, drei mehr Bonuspunkte habe wie mein anderer Bruder hier. Sondern geht es nur um eines, dass ich ihn wahrhaftig erkenne. Ich möchte dir etwas sagen, wenn du eines Tages im Himmel stehst, das Letzte, was du tun willst, ist mit Paulus oder Petrus oder Elia zu sprechen oder sonst jemand. Das Erste, was du tun wirst, ist, jedes Knie wird sich beugen vor wem. Du wirst deine Knie beugen vor ihm, du wirst ihm dich zu Füßen werfen, du wirst deine Krone ihm zu Füßen werfen und du wirst sagen, ähnlich darf ich bei dir sein, den ich mein Leben lang geliebt und verehrt habe. Schau, wie der Apostel Paulus weitermacht. damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Also Paulus kann nicht von der Rettung sprechen, denn er hatte die Rettung ergriffen gehabt. Er predigt sogar die Rettung durch das Kreuz Jesus Christus. Aber er spricht von etwas ganz anderes. Er spricht davon, diese Intimität mit Jesus, dieses ihn erleben, dieses ihn erkennen, diese herrliche Zweisamkeit, er und Jesus. nicht, dass er es schon ergriffen hat, aber schau, was er tut. Er sagt, ich jage ihm nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus ergriffen worden bin. Weißt du, warum Jesus dich ergriffen hat? Ja, weil er brauchte jemanden, der die Berufung ausübte als Gemeindegründer. Er brauchte jemanden, der die Berufung ausübte als Lobpreisleiter. Er brauchte jemanden, der die Berufung ausübte als Lehrer in der Schule. Nein, er hat dich ergriffen, weil er dich wollte. Er hat dich ergriffen, weil er unbedingt ein Objekt seiner Liebe suchte. Ich gebe euch mal eine philosophische Aussage hier, die könnt ihr akzeptieren oder liegen lassen, das stelle ich euch frei. Ihr könnt alles akzeptieren oder liegen lassen, das stelle ich euch hier immer frei. Aber stell dir mal vor, wenn Gott wirklich Liebe ist, nämlich Agape-Liebe, nicht menschliche Liebe, wenn Gott tatsächlich Liebe ist, göttliche Liebe und die Bibel sagt im 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das eigene Interesse. Wenn Gott Liebe ist und nicht das eigene sucht, warum hat er uns dann geschaffen? Für sich selbst. Aber wofür? Damit wir was tun für ihn? Das wäre eigenes Interesse. Damit er Objekte seiner unendlichen Liebe hat. Der Grund, warum Gott dich geschaffen hat, ist nicht, damit du liebst, sondern ist, damit du geliebt werden kannst. Und das ist, nachdem der Paulus getrachtet hat. Das ist, nachdem der Paulus nachgejagt hat, dass ich ihn ergreifen möge, ihn erkennen möge, ihn erleben möge, dass ich den, der mich ergriffen hat, für sich selbst auch ergreifen möge. Und es war dieser Schrei im Herzen des Apostel Paulus mit, Christus hat mich ergriffen und jetzt muss ich dem nachjagen, damit ich ihn ergreife, der mich ergriffen hat. Er hat mich ergriffen, damit er mich lieben kann. Er hat mich ergriffen, damit er mir neue Identität geben kann, nämlich als sein Geliebter. Stell dir vor, wenn jede Person, die heute Abend hier in dem Raum ist und die uns auch online zuschaut, jede Person ab diesem heutigen Abend eine hundertprozentige Überzeugung gehabt, ich bin bedingungslos geliebt vom Schöpfer des Universums. Weißt du, was geschehen wird? Es ist dir so egal, ob der Rest der Welt dich ablehnt oder nicht. So egal. Es ist dir gar nicht mal mehr wichtig, ob dein eigener Ehemann oder deine Ehefrau dich liebt. Wenn du dich wirklich geliebt weißt von dem Schöpfer des Universums, von Agape Liebe selbst, was macht es dir noch aus, wenn dich Personen nicht mehr lieben? Nichts macht es dir mehr aus. Der Grund, warum wir so viele Probleme mit uns herumschleppen, warum wir so viele Schwierigkeiten sämtlich versuchen aufzuhaben, ich werde euch sagen, jeder, der das im Herzen vergreift, der schickt alle Seelsorger in die Arbeitslosigkeit. Das verspreche ich dir. Wenn du in deinem Herzen ergriffen hast, dass er dein geliebter Bräutigam ist, dass er derjenige ist, der sich sehnt danach in Intimität mit dir zu leben, dass er dich geschaffen hat für sich selbst und er braucht niemanden zum Arbeiten, er braucht die Objekte seiner Liebe. Wenn das in deinem Herzen ergriffen wurde, dann plötzlich gibt es für dich nichts anderes mehr als zu lieben und plötzlich bist du nicht mehr Abhängigkeit. bist du nicht mehr Abhängig von der Liebe der anderen Menschen. Wie können wir unsere Feinde lieben, wenn wir selbst nicht einmal uns geliebt wissen? Stell dir mal vor und schau, was der Apostel Paulus weiter sagt in Vers 12. Vers 13, sorry. Meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, viele anderen übersetzen sagen, eins aber tue ich, eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Als ich das gelesen habe vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, dachte ich mir, Paulus hat ein Problem oder die Bibelübersetzer haben was falsch gemacht. Er sagt, eins aber sage ich, aber dann sagt er zwei Dinge. Schau, er sagt, eins sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, das ist eins. und ich strecke mich aus, was da vorne ist. Das sind hier zwei Sachen. Ja, was jetzt? Was ist das eine, Paulus? Vergessen, was da hinten ist oder ausstrecken, was vorne ist? Welche dieser zwei Dinge sind das das eine? Hör zu, als ich mich mit dem befasst habe, wurde mir klar, niemand kann sich nach dem, was vorne ist, ausstrecken, wenn er das, was da hinten ist, nicht loslässt. Es ist in Wirklichkeit eine Sache und mein Herz zerbricht mir immer wieder, immer, immer wieder im Gespräch mit Menschen, im Gebet mit Menschen, wenn ich sehe, wie so viele Christen, die sitzen im Gefängnis der eigenen Vergangenheit. Mein Vater hat mich missbraucht. Ich hatte nie einen Vater, der mich liebte. Dreimal geschieden, meine Ehemänner haben mich missbraucht. Meine Mutter lehnte mich ab. Mein Pastor mochte mich nicht. Sie haben mich schon in der Schule gemobbt. Wir sitzen im Gefängnis der eigenen Vergangenheit. Und wisst ihr, ich sage das nicht gleichfertig, ich habe mit zwölf Jahren drei Selbstmordversuche hinter mir gehabt, weil ich vergewaltigt wurde als Kind. Ich war im Wrack. Ich war im Chaos. Ich war hoffnungslos verloren. durch die tiefen Schmerzen, die meiner Seele angefügt wurden, eigentlich weiß ich gar nicht die Seele, das war ja das Herz, von meinem Verständnis, auf jeden Fall, die mir angetan wurden, von meinem Missbrauch. Nicht nur sexueller Missbrauch, ich wurde auch körperlich extremst misshandelt. und jahrelang saß ich im Gefängnis meiner eigenen Vergangenheit, bis ich erkannt habe, wenn wir in Christus sind, gibt es keine Opfer mehr, außer das Opfer, das er bereits im Kreuz für uns gebracht hat. Und solange wir in dieser Opferrolle drin sitzen und unsere Vergangenheit nicht loslassen, Paulus hätte genügend Dinge gehabt in seiner Vergangenheit, die ihn hätten niederdrücken können, festhalten können. Stell dir vor, derjenige, der das Evangelium predigt, hat die eigenen Brüder und Schwestern ermordet. Er brachte die Christen um, er verfolgte die Gemeinde Jesus Christus aufs Gemeinste und aufs Boshafteste und aufs Brutalste. Und der Verfolger des Leibes Jesus Christus, der Verfolger der Braut Jesu Christi, kommt zu dem Punkt und sagt, wenn ich das, was da hinten ist, nicht loslasse, dann kann ich dem, was da vorne ist, nicht nachjagen. Und ich kann, muss mich entscheiden, entweder da hinten oder nach vorne. Und wisst ihr, wir müssen zurückschauen, aber viel weiter zurück als unsere eigene Vergangenheit, nämlich zurück zum Kreuz. Denn am Kreuz, da wurde ich angenommen. Am Kreuz, da wurde ich akzeptiert. Als Jesus bezahlte mit seinem eigenen Leben, hat Jesus mich erkauft und freigesetzt von allem, was in meiner Vergangenheit je geschehen ist. Und immer wieder sehe ich Leute, die einfach nicht loslassen wollen, von dem da hinten ist, die können Christus, der vor ihnen liegt, niemals ergreifen. Und da versuchen sie, noch einen Schlüssel zu finden und noch einen Schlüssel zu finden und noch einen Schlüssel zu finden. Vor drei Jahren diente ich in einer Veranstaltung, ich war in einer dreitägigen Veranstaltung, wo ich mir hinten nachgewünscht hätte, ich wäre nie dort hingegangen, um zu predigen. Mein geistlicher Sohn Matthäus war mit, den einige von euch erkennen. Daniel war auch mit, das war in Sao Paulo. Wir fuhren dorthin und da waren für drei Tage lang, waren da 300 fertige, verbittete, verkrämte, verletzte Pastoren zusammen, die alle ihre Wunden leckten. Über 300. Du kannst dir nicht vorstellen, ich bin ein hochsensibler Mensch. Hochsensibel. Ich gehe rein, über die Tür, egal wo, und ich spüre sofort, was da los ist. Ich ging dort rein und ich dachte mir, um Himmels Willen, wo bin ich da hingekommen? Freitagabend begann es. Samstagvormittag war ich dran zum Dienen und ich suchte Matthäus, um für mich zu übersetzen und der war nicht da. Und ich rief ihn an und ich sage, wo bist du? Er sagt, abgehauen. Ich sage, um Himmels Willen, komm zurück. Er sagt, nein. Ich habe gesagt, Matthäus, du bist hier. Er sagt, nein, ich gehe da nicht zurück. Wo bist du? Ich bin schon weg. Ich bin in meinem Hotel mit meiner Frau. Ich komme da nicht zurück. Das packe ich nicht. Und ich sagte, wie kannst du? Ich habe gesagt, Daniel, du bist dran. Und ein Gastsprediger nach dem anderen stand auf und sie leckten sich die Wunden. Ah, wir wurden so behandelt. Ah, unser Dienst wurde uns genommen. Ah, unsere Gemeinde hat sich bespalten. Ah, ich habe so viele Bisswunden von den Schafen in meinen Beinen. und sie leckten sich die Wunden und ich dachte mir, warum habe ich nur ja gesagt, hierher zu kommen? Ich hatte drei tolle Predigen vorbereitet, aber ich ging hinauf und habe das Mikrofon in die Hand und ich sagte, das ergibt doch alles keinen Sinn, das kann ich nicht. Und als ich das Mikrofon in die Hand nahm, kam der Heilige Geist mit so einer Stärke hoch in mir und er sagte, Reinhard, das ist deine Predigt. Der Titel ist, knall die Tür zu deiner Vergangenheit ähnlich zu und schau nach vorne. Ich dachte mir, ups, wo steht denn das in der Bibel? Ich bin ja kein Coach, ich bin ja Prediger, Prophet, Lehrer. Eins aber tue ich, ich lasse los, ich vergesse, was da hinter mir ist und ich jage dem nach, was vor mir steht. Und wisst ihr, der Herr hat begonnen zu reden zu mir, wir drehen uns um und schauen zurück bis zu den Verletzungen unserer Vergangenheit, anstatt dass wir noch viel weiter zurückschauen am Kreuz, nämlich als Christus sein Leben für dich gegeben hat, weißt du, was er da gemacht hat? Darum ist jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Was wäre, wenn wir uns als neue Schöpfung in Christus sehen würden? Was wäre, wenn wir sagen würden, ja, das habe ich alles miterlebt, das stimmt, ja, das war wirklich so, aber ich kann das alles loslassen, weil ich hier schon geliebt und angenommen wurde, bevor ich noch abgelehnt wurde. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt hat er uns auserwählt. Stell dir vor, bevor dein Papa, deine Mama, deine Oma, dein Opa, dein Lehrer oder sonst wer dich abgelehnt hat, warst du bereits angenommen? Stell dir mal vor, du warst angenommen, bevor du abgelehnt bist. Aber weil wir diese Wahrheit nicht glauben, nicht viel weiter zurückschauen als unsere Vergangenheit, drehen wir uns um, schauen wir zurück, ah, das hat so weh getan, ah, da hat mich niemand verstanden, au, das tut so weh, au. Was wäre, wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, ja, das hat weh gedreht, das hat weh gedreht, das hat weh gedreht, wow, wow, ich wurde angenommen, bevor es weh getan hat. Ich wurde ausgewählt, bevor ich abgelehnt bin. Mein Ursprung ist in Christus, nicht in meiner Papa und mit meiner Mama. Mein Ursprung, meine Vergangenheit ist da, ja, natürlich, in den 60er Jahren wurde ich furchtbar missbraucht, das ist meine Vergangenheit, aber vor Grundlegung der Welt wurde ich akzeptiert, geliebt, angenommen, geachtet, geschätzt und geehrt. Und als ich das verstanden habe, blickte ich viel weiter zurück als zu meiner Vergangenheit und ich konnte ähnlich eins tun, ich lasse das los, was da hinten ist und ich jage nur mehr einem nach, meinem geliebten Jesus. Er hat mich angenommen, er hat mich geschätzt, er hat mich geheilt, er hat mich freigesetzt, er hat mich neu gemacht. Es ist alles in ihm, von ihm, durch ihm und zu ihm. Und wenn wir das nicht lernen und wenn wir das nicht lernen, viel weiter zurückzusehen, als wir bis jetzt zurückgezogen haben, dann sitzen wir ständig im Gefängnis unserer Vergangenheit. Und das war für mich eine Erfahrung, ein Erlebnis, dass ich gesagt habe, ich brauche nichts verleugnen aus meiner Vergangenheit, das war ja da. Wisst ihr, vor vielen Jahren, ich konnte nicht mal erwähnen, dass ich sexuell missbraucht wurde. Als wenn ich nur gesagt habe, ich wurde als Kind, ich habe so zu schluchzen begonnen. Ich brach zusammen und zu schluchzen. Aber als ich erkannt habe, dass ich loslassen kann und noch einen Schritt weiter zurückgehen, bis zum Kreuz, das die Dür ist vor Grundlegung der Welt, wo ich angenommen und akzeptiert und geliebt wurde und wo von jetzt an ist mir nichts mehr wichtiger als er und ich, nur er und ich, nur wir zwei zusammen. Plötzlich wurden die Schmerzen in meinem Herzen endlich geheilt und ich konnte loslassen und nachjagen und seit diesem Tag jage ich ihm nach mit allem, was in mir drinnen steht. Ist Peter hier? Peter Ebert? Oder kommt er erst? Hier hinten ist er. Peter, wir haben heute noch darüber geredet, gestern Abend auch noch und Peter sagte zu mir so auf die Art, ich habe jetzt mein Handy nicht hier, um das zu lesen, es ergibt dir alles keinen Sinn mehr, es ist nur er. Es ist nur er, es geht nur um ihn. Aber wir machen alles um uns, mich, mein Bewehen, mich, Reinhard, alle denken nur an sich, nur ich alleine denke an mich. Niemand denkt an mich, niemand versteht mich. Hör zu, der, der dich bedingungslos liebt, hat dich verstanden, bevor du verletzt wurdest. stell dir vor, wir sind ja, das sage ich lieber nicht. Ich sage es doch. Wir sind ja großteils selbst schuld, dass wir so verletzt wurden, weil wir haben ja das in Menschen gesucht, was uns nur Jesus geben kann. Wir haben Menschen vertraut, was sagt die Bibel in Jeremia 17, Vers 5, Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut, der Fleisch zu seiner Stärke macht. Verflucht ist dieser Mensch. Und wir laufen einem nach und dem nächsten nach und wieder einem nach. Ich möchte dir etwas sagen, wenn ich dich nicht näher zu Jesus bringe, habe ich versagt. Glaubst du wirklich, dass am Ende meines Lebens, wenn ich vor Jesus stehe, er mir einen Applaus dafür gibt, für wie hart ich gearbeitet habe? Unser Lohn im Himmel sind Menschen. Nicht Häuser, nicht Gold, nicht schöne Sachen. Unser Lohn im Himmel ist er, uns in die Augen zu schauen und zu sagen, wohlgedan, mein guter und treuer Knecht. Schau, hier ist dein Lohn. Menschen. Menschen, die leidenschaftlich wurden für mich, weil du mir auch leidenschaftlich nachgefolgt bist. Und wenn ihr Menschen nachlauft, ihr werdet enttäuscht werden, ihr werdet verletzt werden, du kannst fahren bis ans Ende der Welt, du kannst den Größenmann Gottes dir die Hände auflegen lassen, du kannst 15 prophetische Worte bekommen und du wirst am Ende deines Tages doch wieder enttäuscht sein. Aber gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen leidenschaftlichen Liebhaber Jesus getroffen, der enttäuscht war. Das Lied, das wir heute gesungen haben, ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ich habe es noch nie auf Deutsch gehört. Danke euch sehr. Noch nie habe ich es auf Deutsch gehört. Auf Englisch. Er ist immer treu. Wisst ihr, ich schaue auf mein eigenes Leben zurück. Ich dachte mir, meine Güte, wenn ich Gott wäre, hätte den Reinhardt schon längst abgeschlossen. Um Himmels Willen, was der schon alles für Sachen geglaubt hat und was der schon alles für Sachen von sich gegeben hat und was der schon alles für Sachen gemacht hat und wie verkorkst denn sein Herz schon war und, 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 und. Ich hätte längst schon abgeschlossen. 54 Jahre kenne ich Jesus und ich war ihm nicht immer treu, aber es gibt keinen einzigen Augenblick in meinem Leben, wo er mir nicht treu war. Ich kann niemals zurückzeigen auf einen Punkt und sagen, hier war er nicht treu. Ich kann dir viele Punkte sagen, wo ich sage, ah, hier habe ich vermasselt, hier habe ich das Falsche geglaubt, hier war ich nicht treu und Liebe ist, da rede ich lieber nicht drüber. Aber ich kann dir keinen einzigen Augenblick meines Lebens zeigen, wo ich ehrlich sagen muss, er war mir nicht treu. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf ihn verlässt und der Herr Jesus baut sich eine Gemeinde zurecht, sie nicht zurückschaut auf die Vergangenheit, sondern die viel weiter zurückschaut, nämlich vor Grundlegung der Welt, wo sie erwählt wurden, geliebt wurden, angenommen wurden, wo sie bereits in Christus hinein verborgen wurden, wo bereits bestimmt wurde, dass sie eine neue Schöpfung sind, wo bereits ganz klar festgeschrieben wurde, dass sie und er die zwei größten Liebhaber der Welt sein werden. Und wenn wir zurückschauen können auf diesen Punkt, plötzlich wirst du merken, wie der Apostel Paulus, es ist alles Dreck, es hat alles eigentlich, es verblasst der Glanz von den Dingen, die mir früher so wichtig und früher so wertvoll waren. Und wisst ihr, als ich das in meinem eigenen Herzen ergriffen habe und beim Ergreifen bin, wie Paulus sagt, nicht, dass ich ergriffen habe, aber ich tue eins, ich lasse los und jage, ich lasse los und jage, ich lasse los und jage. als ich verstanden habe, dass der einzige Sinn und Zweck meines Lebens eine Person ist und nicht für die Person zu arbeiten, eine Person ist und nicht für diese Person Kinder zu retten, eine Person ist und nicht für diese Person Bücher zu schreiben, sondern eine Person ist. Seit diesem Augenblick in meinem Leben hat nichts mehr den gleichen Stellenwert, den es vorher gehabt hat. Und darum, die Gemeinde, die die Zukunft gut durch überlebt, ist die Gemeinde, die sagt, Jesus, du und ich, das reicht. Das reicht. Wenn sie dich ins Gefängnis werfen und Jesus mit dem Gefängnis, weißt du, was geschehen wird? Du wirst Party haben. Stell dir vor. Denk mal, denk mal, wenn die mich und die Debbie zusammen auf eine einsame Insel sperren für ein Jahr ohne Kontakt zu irgendeinem Internet, das wäre doch der Himmel auf Erden. Und jetzt stell dir vor, die machen es mit mir und Jesus. Dann wäre es der siebente Himmel auf Erden. Und darum, meine lieben Freunde, wir müssen uns ständig wieder daran erinnern und uns vorbereiten, für die Zeiten zu kommen, dass wir uns jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, er und ich, das ist genug. Das ist genug. Weißt du, dann fallen auch so viele Fragen weg. Die Leute fragen mich immer rein, Reinhard, fragst du dich nicht? Ich sage, nein. Aber Reinhard, warum ist das geschehen? Ich sage, ich weiß nicht, will ich auch gar nicht wissen. Aber Reinhard, kannst du das erklären? Brauche ich nicht erklärt haben. Wenn ich nachts aufs Bett gehe, ich schlafe nicht ein, ohne mir eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde zu nehmen, nur er und ich zu kuscheln. Einfach ihn zu genießen und so schlafe ich ein. Und wie ich es in der Schweiz gesagt habe, Debbie hat zu mir gesagt, wenn du nachts wach wirst, zum Binkel gehen und nicht an Jesus denken würdest, könntest du wieder einschlafen. Und ich sage zu ihr, wie sollst du nachts wach werden und nicht an Jesus denken? Wie soll das überhaupt gehen? Wisst ihr, ich bin oft nachts wach und ich starre die Debbie oft an für 20 Minuten, eine halbe Stunde. Sie schlaft. Ich starre sie einfach an. So richtig. Wow, die ist schön. Wow. Die Frau ist Wahnsinn. Und manchmal wird sie wach und sagt, warum starfst du mich? Und ich sage, weil du so hübsch bist. Wie kann ich um 4 Uhr morgens hübsch sein? Ich habe noch gar kein Make-up drauf und bin noch gar nicht auf dem Bett gestiegen. Für mich bist du hübsch. Wunderschön. Morgen werdet ihr sehen, wie schön sie ist. Ist wirklich wunderschön. Aber stell dir vor, stell dir vor, was wäre, wenn jeder Christ ähnlich aufwacht und erkennt, der Grund meiner Existenz ist eine Person, dann werden wir nicht mehr gefangen im Gefängnis der Vergangenheit, weil wir werden frei, frei, weil unsere Vergangenheit vor der Vergangenheit schon bestimmt war. Er hat sich entschieden, dass er mich will, als Liebhaber. Wisst ihr, ich hatte diesen genialen Gedanken vor einiger Zeit, der mich ganz, ganz tief ergriffen hat. Nämlich folgender Gedanke. Stell dir vor, du verliebst dich in eine Person. Ah, jetzt hast du endlich deinen Traumprinzen oder deine Traumprinzessin gefunden. Und du verliebst dich in diese Person. Jetzt hast du diese Person ähnlich. Aber plötzlich, plötzlich hast du eine Offenbarung. Und du siehst die Zukunft dieser Person. Du siehst, wie diese Person dir untreu sein wird. Du siehst, wie diese Person dich enttäuschen wird. Du siehst, wie diese Person nicht so leben wird, wie es dir wohl gefällt. Du siehst, wie diese Person oft nicht lieben wird, obwohl du Liebe bist. Du siehst, alle diese Dinge, die diese Person machen wird in den nächsten 30, 40 Jahren der Ehe. Siehst du, alles klipp und klar. Kein Mensch würde so eine Person heiraten. Niemand. Wer heiratet eine Person, von der er weiß, dass er fremd geht? Logisch nicht. Jesus hat deine gesamte Zukunft gewusst. Er hat gewusst, wie oft du enttäuschen wirst. Er hat gewusst, wie oft du andere Götze in deinem Herzen haben wirst. Er hat gewusst, wie oft du nicht lieben wirst, obwohl er dich zum Lieben berufen hat. Er hat alles, 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 alles gewusst und dann sagt er, dich will ich heiraten. Dich will ich heiraten. Welche größere Liebe gibt es auf dieser Welt, als jemand, der alles von mir weiß und sich dann dafür entscheidet, dass er mich als Liebhaber haben will? Ist doch eigentlich vom menschlichen Gedanken her absurd. Aber so ist unser Herr. Unser Herr hat sich hier nicht blind für uns entschieden. Unser Herr hat nicht gesagt, hey, ich schaffe dich für mich, ich will nicht. Ups, mit dem habe ich nicht gerechnet. Also ich hätte mir nie gedacht, dass du das sagen wirst, das tut mir weh im Herzen. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich nicht erwählt. Er hat alles gewusst, alles, was wir je falsch machen, alles, was wir falsch tun werden, alles, was wir nicht so tun werden, dass es ihm wohlgefallen, unsere Kämpfe, unsere Mist, alles hat er gewusst. Und mit diesem Wissen schaute er mir in die Augen und sagte, ich will dich als meinen Liebhaber. Wenn wir diesem Liebhaber nicht so leidenschaftlich folgen können, dass wir das mal loslassen und dem mal nachjagen, dann was brauchen wir noch? Meine lieben Freunde, ich sage euch, es gibt nichts Herrlicheres, als zu dem Punkt zu kommen, von uns selbst befreit zu sein und für ihn frei zu sein. Es gibt nichts Schöneres. Menschen, die zu dem Punkt kommen, die religiösität lügt uns hier vor, das Kreuz auf sich nehmen, das ist so eine schwere Sache, dir selbst zu sterben, nein, das tut so weh. Ich möchte dir etwas sagen, dir selbst und deinen eigenen egoistischen Wünschen zu sterben, ist Freiheit, weil das kannst du für deinen Liebhaber leben. Wahre Freiheit. Die wahre Freiheit ist für den zu leben, der mich geschaffen hat, für sich selbst. Das ist die wahre Freiheit. Und der Humanismus und die Religion, beide haben uns angelogen und haben uns betrogen und haben uns gesagt, es geht nur um dich, es geht nur um dich, sagt der Humanismus und die Religion sagt, es geht nur um ihn, aber darum, dass du für ihn arbeitest und leistest und tust und machst und schaffst und noch etwas auf die Füße stellst. Und beide haben gelogen. Es geht um ihn als meinen Liebhaber. Und in dem Augenblick, wo ich das ergriffen habe und dem nachjage, dann wirst du in deinem Leben zu einem Frieden kommen, zu einer Ruhe kommen, zu einer Freude kommen, dann brauchst du nichts mehr und kannst aber gleichzeitig alles genießen, was er für dich hat. Und das ist, wofür ich keine Worte finde. Und das hat die Debbie am Anfang zum Verzweifeln gebracht. Zum Verzweifeln. Denn wenn Debbie diese außergewöhnliche Kochin, einige von euch, die folgen mir auf Instagram, die Debbie ist eine phänomenale, also wenn Debbie in dieser Welt arbeiten würde, sie würde sicher in einem Michelin Restaurant Haubenköchin sein. 36 Ehejahre, ich kann mich an keine einzige Woche erinnern, wo ich nicht eine Mahlzeit gegessen habe, die ich noch nie zuvor gegessen habe. Nicht eine einzige Woche. Sie kocht Gerichte von der ganzen Welt, sie ist kreativ, sie liebt es erstaunlich, wie sie kocht. Und was Debbie dann so zum Verzweifeln gebracht hat, und ich liebe ihr gutes Essen, ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber was sie dann zum Verzweifeln gebracht hat, als ich so Jesus ergriffen habe, weil er mich zuerst ergriffen hat, plötzlich schmeckte mir alles gleich gut. Sie machte eine Dose auf, die fast gar nichts kostet, gibt sie Mikrofon, und ich sage, wow, wow, ist das gut. Ich sage, das war nur eine Dose. Ich hatte eben mein Lieblingsessen, bis Christus mich ergriffen hat, seitdem ist alles mein Lieblingsessen. Alles schmeckt besser, das Gras ist so wunderbar grün, das Leben ist so herrlich, alles ist fantastisch. Drum tue ich mir so schwer, wenn Leute sagen, wann warst du verzweifelt? Oder Reinhard, wann ist es richtig schlecht gegangen? Manchmal fühle ich mich fast schuldig, dass es mir so gut geht. Manchmal denke ich mir, soll ich vielleicht irgendwas erfinden, zu sagen, dass es mir auch schlecht geht? Aber dann denke ich mir, lügen sollen die es ist das einfache Geheimnis, er und ich, wir zwei. Möge der Heilige Geist die Arbeit tun, wofür er bestimmt wurde. Jesus hatte gesagt, wenn er, der Geist kommt, was wird er tun? Er wird euch alles lehren, was ich euch gelehrt habe. Er wird euch an all das erinnern. Was hat Jesus gesagt? Das einzige Mal, als er vom Neuen Bund sprach, war kurz vor seinem Weggehen, nahm er das Brot, nahm er den Wein und da sagt er, denkt immer daran, woran? Das ist der Kelch. Der Kelch von was? Des Neuen Bundes. Was sagt mir der Neue Bund? Der Neue Bund sagt, dass mich meine Vergangenheit nicht mehr definiert, sondern dass mich seine Vergangenheit definiert. Das sagt der Neue Bund. Der Neue Bund sagt, das was er für mich getan hat, definiert mich. Und nicht, was ich getan habe, definiert mich. Der Neue Bund sagt, das was er für mich getan hat, definiert mich jetzt. und nicht, was was anderen mir angetan haben, definiert mich jetzt. Niemand hat den Neuen Bund wirklich ergriffen, der noch ein Opfer ist. Absolut nicht. In dem Augenblick, wo du verstanden hast, dass er alles gemacht hat, alles, 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 alles hat er gemacht, das gemacht werden muss, kannst du gar kein Opfer mehr sein. Und darum, wir müssen lernen, anstatt uns ständig zu erinnern, was uns alles angetan wurde, müssen wir ständig erinnern, was ihm alles angetan wurde, für mich. Dass er diesen kostbaren Preis bezahlt hat, gelitten hat, so sehr für mich, damit ich jetzt Leben leben kann und kein Gefangener mehr sein braucht von dem, was hinter mir ist, sondern ich kann jetzt ein Freier sein, weil er mich zur Freiheit befreit hat. Zur Freiheit Galater 5, Vers 1 hat Christus uns befreit, wandelt darin. Und wenn wir lernen, diese Freiheit darin zu wandeln, die er für mich geschaffen hat, die geht nur aus der intimen Beziehung mit ihm heraus. Und wenn wir das zu unserem Nummer 1 Lebensmotto machen, er und ich, er und ich, er und ich, er und ich, er hat mich geliebt, angenommen, akzeptiert, gewollt, wenn wir das zu unserem Lebensziel machen, Intimität mit Jesus, plötzlich wird alles andere, was wir tun, erstens glatt gehen, zweitens keinen Stress mehr machen, drittens werden wir uns nie mehr die Frage stellen, ja was will Gott denn, dass ich tue? Weißt du, was er will, dass du tust? So wie du Maria zu seinen Füßen setzt, einfach setzt, überreinend, ich kann doch nicht das Leben nur lange herumsitzen, warum nicht? Warum kannst du nicht einfach, das Leben lang zu seinen Füßen sitzen? Warum kannst du nicht von der Herzenhaltung her zu seinen Füßen sitzen und dann, wenn er sagt, hey, mach Sandwich, mach du den Sandwich und dann, wenn er sagt, geh dorthin, gehst du dorthin? ich habe mir nie Gedanken gemacht, was der Herr von mir will, seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr. Wisst ihr, darum ist es auch so leicht, den Willen Gottes zu erkennen, Leute sagen zu mir, ja Reinhard, wie weiß ich, ob das meine Verlangen sind oder ob das seine Stimme ist? Wie weiß ich das? Ganz einfach, wenn er deine einzige Leidenschaft ist, dann hast du nichts mehr als ihm. Und wenn er plötzlich sagt, geh dorthin, weißt du, das war er, nicht du. Der Grund, warum wir niemals sicher sind, sagt er das oder sagt mein Herz das? Sagt er das oder sagt mein Herz das? Wenn er dein Herz völlig gegriffen hat und er deine Leidenschaft ist und er und die Beziehung mit ihm das Wichtigste in deinem Leben ist, dann was immer in deinem Herzen hervorkommt, weißt du, das ist er. Darum, wenn er zu mir sagte, Reinhard, geh nach Brasilien, brauchte ich kein Zeichen, brauchte ich gar nichts mehr. Ich stand da auf und rief, der will sein Koffer backen, wir gehen nach Brasilien. Das Leben ist ja so simpel, meine lieben Freunde, so simpel. Aus der Intimität heraus werden wir immer wissen, was er will, dass wir tun. Aber durch das viele Tunen wissen wir oft gar nicht, wie es geht, intim mit ihm zu sein. Weil wir glauben, wenn wir noch was schaffen, noch was machen, noch was tun, für ihn, dann wird er endlich glücklich auf mich lächeln und sagen, gut, du hast für mich gearbeitet, jetzt gebe ich dir eine Belohnung dafür. Wisst ihr, alle unsere Werke werden durchs Feuer gehen. Denk mal an 1. Korinther 3. Alle unsere Werke gehen eines Tages durch das Feuer. Und der Apostel Paulus sagt im 3. Korintherbrief, im 1. Korintherbrief, im 3. Kapitel, sagt er, dass viele von uns alles, was wir geleistet haben und getan haben im Leben, wird verbrennen, aber wir werden errettet sein. Stell dir vor, stell dir vor, wenn am Ende deines Lebens alle deine Werke, die du getan hast, alle durchs Feuer gehen, es bleibt nichts über. Ich hatte eine prophetische Erfahrung vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren her, wo mich der Herr in den Himmel holte und als ich im Himmel war, spielte er das nach vor, zum Ende, wo alle von dem Richterstuhl Jesus Christus erscheinen. und ich sah eine endlose Schlange von Männern, die heulten, die heulten, heulten Rotz und Wasser und Jesus sagte, es gibt keinen Lohn und sie heulten, aber Herr, ich habe alles getan für dich, ich habe meine Familie geopfert, ich habe meine Gesundheit geopfert, ich habe alles für dich geopfert, um dir zu dienen und der Herr sagt, aber du tast nicht für mich. Das war nie das, was ich von dir wollte und plötzlich sah ich, dass dies alle Pastoren waren. Das waren Pastoren, die haben ihr Leben geopfert, die haben ihre Familie geopfert, die haben ihre Gesundheit geopfert, die haben alles geopfert, um eines Tages vor Jesus stehen drauf zu kommen, das Wichtigste nämlich er und ich habe ich nicht gehabt. Und seitdem brennt es in meinem Herzen, das Volk Gottes doch aufzurütteln, aufzuwecken, aufzuwachen und sagen, ist seine intime Beziehung mit dir das Wichtigste und das, was du heute tust, tust du es heraus aus dieser intimen Beziehung oder tust du es aus irgendeinem anderen Motiv? Ich wünsche mir so, dass heute jeder Einzelne von euch nach Hause gehen kann und sich ehrlich und aufrichtig diese Frage stellen kann und sagen, Herr Jesus, bitte durch deinen Heiligen Geist leuchte in jeden Winkel meines Herzens hinein und zeig mir, warum ich tue, was ich tue. Ich will es sehen. Und wenn ich irgendetwas für dich tue, aus irgendeinem anderen Motiv heraus, weil wir zwei eine intime Beziehung haben und mein Liebhaber, mein Bräutigam flüstert mir ein, geh hier, geh dort, mach das, mach jenes. Wenn es das nicht ist, dann drück nochmal die Pause-Taste deines Lebens und sag mal, hab mal den Mut und sage, stopp. Zurück zur ersten Liebe. Die Ephesien offenbaren Kapitel 3, die haben gearbeitet, die haben sich abgemüht und Jesus sagte, ich kenne eure Mühe, ich kenne eure Werke. Jesus sah alles, was sie so toll gemacht haben für ihn. Dann sagte, aber eins habe ich gegen euch. Ihr habt was verlassen? Die erste Liebe. Und Jesus ist dabei, sich eine Braut zuzurüsten, die zurückgeht zur ersten Liebe. Eine Braut, die so verliebt ist in ihm, dass nichts mehr einen Wert hat verglichen mit dieser Liebesbeziehung. Das alles verglänzt, alles verblasst. Und diese Braut, die kann gar nicht gefangen sein in ihrer Vergangenheit, weil diese Braut weiß, dass sie lange vor der eigenen Vergangenheit schon zum Liebhaben berufen wurde. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen können und für viele von uns braucht es einen ehrlichen und aufrichtigen Zerbruch, hoffentlich nur einen Zerbruch des Herzens. Ich habe so viele Freunde in Brasilien, Leute von Megadiensten, wo plötzlich alles zerbricht, außer ihr Herz. Denken wir an Brian Houston, eine der bekanntesten Gemeinden der ganzen Welt, Hillsong. Der Mann ist kaputt, verbittert, sauer, kommt vielleicht sogar ins Gefängnis jetzt, zumindest sie ist angeklagt und plötzlich einer der bekanntesten Lobpressleiter von Hillsong sagt, Jesus gibt es nicht als Sinnerretter, ich glaube das nicht. Der hat Lieder geschrieben, die wir alle gesungen haben. Plötzlich überall auf der ganzen Welt werden großartige Top-Gemeinden erschüttert und plötzlich sieht man was, die Intimität mit Jesus war gar nicht da. Alles andere wird da, aber die Intimität mit Jesus nicht. Die wahre Gemeinde folgt dem Bräutigam. Die wahre Gemeinde ist verliebt in den Bräutigam. Die wahre Gemeinde sagt, Jesus du und ich, das ist schon genug. Wenn du was sagst, du und mache ich sehr gerne. Aber wenn du sagst, ich bin glücklich. Ich habe zum Herrn vor kurzem gesagt, Herr Jesus, weißt du, wenn du mir gefallen tun würdest, mach ihn gar nichts mehr. Schmeiß das Handy in das Meer, schalt alles ab und sitz mal ein Jahr auf dem Stuhl nur mit mir. Dann hätte ich mir sehr gern, dass du mir den gefallen tust. Aber solange du sagst, mach was, mache ich alles, was du von mir möchtest. Vor kurzem hat mir jemand die Frage gestellt, Reinhard, wenn Jesus zu dir sagen würde, er kommt morgen mittags zurück, was würdest du in deinem Leben ändern. Und ich habe nachgegrübelt, nachgegrübelt, nachgegrübelt und ich habe gesagt, nichts. Nichts. Ich wüsste nichts, was ich anders machen würde. Nichts. Er ist mein alles, er wird mein alles bleiben. Das, was ich tue, das tue ich, weil er mir den Minke gegeben hat, das zu tun. Darum brauche ich es ja nicht. Wie wichtig ist er dir? Welchen Wert hat er in deinem Herzen? Diejenigen, die bereit sind, in den Spiegel zu schauen, in dein eigenes Herz zu sehen und bereit sind, selbst zum wahren Zerbruch des Herzens zu kommen, weil sie erkennen, um Himmels Willen, alles war mir wichtig, nur er nicht. Diejenigen, die werden es gut haben in der Zukunft. Aber viele, die das nicht bereit sind zu tun, die werden zerbrechen müssen an vielen anderen äußeren Dingen. Und hoffentlich ihn zerbruch zumindest merken die dann, um Himmels Willen, ich bin nicht an mir zerbrochen, ich bin nicht an den Menschen zerbrochen, ich bin nicht an Umständen zerbrochen, ich bin nicht zerbrochen, weil andere böse zu mir waren, ich bin zerbrochen, weil er nicht alles war, denn wenn er alles gewesen wäre, dann hätte ich ja gar nicht so zerbrochen werden können. Es ist jemand hier, ich weiß nicht, ob du hier im Raum bist oder online, seht ihr, wie viele Leute wir online haben, sind Leute online dabei? Ja? Wie viel? 620 mehr als hier im Raum sind, sind da online dabei? Wow! Also ich weiß nicht, ob diese Person hier ist oder online ist, aber ich spüre vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist jetzt gerade ein Problem im Ohr heilt. Da gibt es eine Person, vielleicht mehrere Personen, mit wirklich ernsthaften Problemen im Ohr, so chronische Ohrenentzündung, die kommt, geht, kommt, geht, kommt, geht, die dir sehr, sehr viel Mühe bereitet hat. Ist diese Person hier im Raum, dann heb mal deine Hand. Du bist hier, leg deine Hand auf das Ohr, das leidet. Wenn du online bist und du hast ein chronisches Ohrenproblem, wir hatten jetzt im Bruck, hatten wir ein herrliches Wunder, dann schau dir eine Person online zu, die konnte nicht gehen und plötzlich stand sie auf und ging und lauf, lief. Leg deine Hand einfach auf das Ohr, dass dieses chronische Leiden hat und erlaubt den Heiligen Geist, jetzt sein Ohr völlig freizusetzen. Heiliger Geist, wir danken sich so sehr, dass hier du der Großartige bist, der uns die Schatzkammer des Himmels öffnet. Heiliger Geist, du bist unser aller, aller, aller bester Freund, der uns ständig Jesus groß macht, unseren geliebten Bräutigam, der uns die Schatzkammer des Himmels öffnet und uns all die Schätze zu uns bringt. Und dafür danke ich dir. Herr, ich danke dir für dieses Wunder, das du jetzt freigesetzt hast. Wir widerstehen jedem Krankheitsgeist, wir sagen hier nicht, diese Körper gehören nicht dir, die gehören Jesus. Wir weisen diese Krankheit ab, wir weisen diese chronische Ohrenentzündung ab. Jedes Ohrensausen befehlen wir zu gehen und befehlen jetzt im Namen Jesu Christi, dass dein Ohr geheilt ist. Sei geheilt, sei frei, sei los, sei wiederhergestellt. Stopp zu diesem chronischen Ohrenleiden, jetzt sei heil. Danke Jesus, danke, 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 sag danke Jesus, sag danke, danke Jesus. War jemand hier, der Schmerzen gehabt hat im Ohr, als wir zu beten begonnen? Niemand? Oh, Jesus, danke, 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 heiliger Geist. Oh, du bist wunderbar, du bist groß. Katja, meine Liebe, der möchte dir sagen, dass ich in deinem Leben das vollenden werde, was ich angefangen habe. Ich sehe dich als eine Person, die tanzt wie verrückt, wie verrückt und du tanzt fast so wie in Ekstase und als ich sehe, wie du so tanzt, da sehe ich plötzlich, dass der Herr dich in dem Tanz führt und dann sehe ich, dass ganz viele Personen sind um dich herum, die mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, so tanzt man nicht, so tanzt man nicht, so tanzt man nicht. Aber der Herr möchte dir sagen, mach dir keine Sorgen, was die anderen Leute über dich sagen, denn der Tanz, den du tanzt, ist der Tanz, den du mit mir tanzt. Und ich habe wohlgefallen an dir, nämlich, dass du mich so eingeladen hast, mit dir diesen Tanz des Lebens zu tanzen. und ich sehe, wie du durch Stürme hindurch tanzt, so richtig hindurch tanzt. Und ich sehe, wie die Stürme um dich herum, wie du versuchst, diese zu verändern und versuchst, diese abzuwenden, versuchst, ihnen auszuweichen und dann sehe ich plötzlich, wie du in deinem Herzen erkennst, ich brauche sie weder abzuwehren, noch brauche ich sie ihnen auszuweichen, noch brauche ich sie wegzubeten, ich kann einfach durchtanzen. Und das wird so eine Offenbarung und Klarheit werden in deinem Herzen, dass du eine Person sein wirst, die durch die schwierigen Zeiten lachen und tanzen durchgeht und durch diese schwierigen Zeiten wirst du viele andere Menschen lernen, wie man Schwierigkeiten meistert. Ich sehe so viele Menschen, die der Herr zu dir führen wird. Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die am Ende sind, Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Und durch das, was du gelernt hast, mit dem Heiligen Geist, nämlich einfach mit ihm Schritt zu halten, mit ihm zu tanzen, werden viele Menschen in die Freiheit gelangen von ihrem eigenen Gefängnis, in dem sie feststecken. Der möchte dir sagen, ich habe wohlgefallen an dem, was du tust, mach weiter und bleib dran. Ist jemand hier, der eine Verletzung im Muskel hat? Ich spüre es auf dem Heiligen Geist, Jesus heilt Muskel hier. Wo ist dein Problem? Linkes Knie, hast du Schmerzen? Was ist passiert? Fußball, wie heißt du denn? Fußball spielen soll man ja, das ist ja gut und gesund. Schon lange her? Sonntag? Gestern, okay. Noch jemand, der eine Muskelverletzung hat? Hier, 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 online bestimmt auch ein paar Leute. Okay. Was kannst du nicht tun mit deinem Knie jetzt? Kannst dich bewegen, nicht trainieren, okay. Glaubst du, dass Jesus hier ist, um den Knie wieder herzustellen? Absolut, cool, ich auch. Heiliger Geist, wir danken dir so sehr, dass du nicht nur der Arzt bist, sondern du bist der Arzt aller Ärzte, du bist der Oberarzt. Herr, wir danken dir, dass es keinen besseren Chirurg gibt, als du. Denn du machst Operationen ohne Nebeneffekte und ohne Narben. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen jungen Mann, wir danken dir für alle anderen Personen in diesem Raum, Herr, wir danken dir, dass dein Glaube in unseren Herzen ist. Vater, wir widerstehen in jedem Krankheitsgeist und wir sagen, aus und vorbei. Herr Jesus Christus, wir setzen jetzt eine heilende Kraft frei und wir befehlen, diesen Muskeln jetzt geheilt zu sein. Jeden Muskel einriegst, befehlen wir, heil zu sein. Diesem Knie befehlen wir, völlig heil zu sein und wiederhergestellt zu sein. Und allen anderen Muskeln, Verletzungen, wir lösen dich jetzt von deinem Leiden. Wir weisen diese Leiden jetzt ab. Ich sehe auch, dass jemand chronische Muskelentzündung hat, dass jemand eine Entzündung, eine richtige Entzündung hat im Muskel. Dass der Heilige Geist jetzt seinen Muskel berührt und diese chronische Entzündung einfach wegnimmt. Herr, wir danken dir, wir wollen dich ehren für das, was du tust. Wir befehlen allen Muskeln wiederhergestellt zu sein, wir befehlen Entzündungen zu gehen, wir befehlen den Schmerzen jetzt zu gehen und dafür danken wir dir Jesus, dass du bereits dafür bezahlt hast. Geh, mach eine Bewegung mit deinem Knie. Lauf. Lauf hierher. konntest du vorher laufen? Tut es weh? Lauf mal. Nächstes Wochenende kannst du Tore schießen für mich, gell? Nächstes Wochenende schießt du ein paar Tore für mich. Okay. Aber du bist die Nummer eins. du bist Goalie. Okay, mach das, mach das. Okay, noch irgendjemand, der eine Verletzung gehabt hat in der Muskel, die jetzt weg ist? Test, probier. Hab keine Angst. Sollt ausprobieren. Christen sind ehrlich, die lügen nicht. Da haben einige Leute aufgezeigt. Habt ihr nicht Schmerzen gehabt oder habt ihr nur immer wiederkehrende Probleme? Redet ihr nichts mit mir? Ich stelle euch Fragen. Ihr dürft reden mit mir. Ah, da jemand testet. Hattest du Schmerzen? Und jetzt? Ganz springen. Ist das dein Ehemann? Ja, der Ehemann soll doch dir die Hände auflegen. Ich bin ja nicht mal der Ehemann. Er ist der Ehemann. Lege die Hände auf. Befiehl dem Knie heil zu werden. Sag, ich bin der Ehemann. Das erlaube ich ihr nicht. Sei heil. Oder irgend so was ähnliches. Was du halt im Herzen glaubst. Jesus wird danken. Die Heilung gehört uns. Es ist das Brot der Kinder. Noch irgendjemand der Muskelprobleme gehabt? Hast du Muskelprobleme oder gehabt? Ich habe das gerade eben getestet und das ist gerade weg. Die Hüfte, die operiert werden sollen? Die soll operiert werden und hier hatte ich jetzt Schmerz runter, hier runter und hier und das war alles verkürzt und ich kann es jetzt so gut bewegen und es sind gar keine Schmerzen drin. Jetzt können wir den Operationstermin streichen. Ja. Geh mal. Komm mal hierher. Wie heißt du denn? Wie? Esther. Esther. Guck mal her. Woher kommst du denn, liebe Esther? Aus Badmünde. Aus Badmünde. Geh mal mit mir ein bisschen. Gehen kann. Gehen kann es. Kannst laufen auch? Ich habe immer gehebelt. Tut's weh? Ist gut? Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Hüften nicht nur gesund macht, sondern neue Hüften gibt. Und Vater, wir befehlen jetzt in deinem kräftigen Namen von Jesus Christus, dass hier eine neue Hüfte ist. Eine neue, erneuerte, funkelnagelneue Hüfte. Schmerz geht. Wir setzen diese neue Hüfte frei. Und Esther, der Herr möchte dir sagen, ich habe noch sehr, sehr, sehr viel vor für dich. Du hast sehr viel gearbeitet in deinem Leben, du hast sehr viel geleistet im Leben und du wurdest müde. Du bist an einem Punkt in deinem Leben, wo du einfach müde geworden bist. Und du fragst dich, wie lange du noch so weitermachen kannst. Aber der Herr möchte dir sagen, es kommt eine ganz neue Phase jetzt in deinem Leben. Die Kraft, in der du in der Vergangenheit gearbeitet hast, in der wirst du nicht mehr arbeiten. Du wirst jetzt in meiner Kraft arbeiten. Und ich sehe, wie der Herr sich für eine sehr prophetische Person gemacht hat. Als du ein Kind warst, da warst du ganz sensibel. Sehr, sehr, sehr sensibel. Und dieses wurde dir genommen. Aber der Herr sagt, ich gebe es dir wieder zurück. Du darfst wieder träumen. Du darfst wieder sehen. Und du wirst meine Stimme sein. Und ich sehe, wie du ganz vielen anderen Menschen dienen wirst, durch diese prophetische Gabe, die Gott in dir hineingegeben wurde, die aber immer wieder zum Stillschweigen gebracht wurde. Und der Herr gibt dir Erlaubnis und sagt, du darfst wieder träumen und du darfst wieder reden. Und ich sehe, wie eine Gruppe von Leuten sich um dich herum schaut. Und du hast so treu und so vielen Menschen gedient. Aber jetzt wirst du ihnen nicht mehr dienen. Jetzt wird Jesus durch dich diesen Menschen dienen. Und es kommt eine Phase der unwahrscheinlichen Erfrischung auf dich zu. Ich sehe, wie Jesus dir einen Urlaub schenkt. Einen wirklich wunderbaren Urlaub schenkt dir der Herr. Und es wird ein Geschenk von ihm sein, dass du weißt, es ist die Zeit der Erfrischung und nicht die Zeit des Abwrackerns. Und es wird ein Geschenk von ihm sein, dass du weißt, es ist die Zeit der Erfrischung und nicht die Zeit der Erfrischung und nicht die Zeit der Erfrischung und nicht die Zeit der Erfrischung. Und als ich den Heiligen Geist gefragt habe, was ist das, dieser Schmerz? Und es sind gebrochene Beziehungen, die dem Herrn so wehtun. Aber so richtig wehtun. Und ich sehe, dass hier eine ganze Anzahl Menschen sind und auch online Menschen sind, die einen tiefen Schmerz in sich tragen von diesen gebrochenen Beziehungen. Und einige von euch haben ihr Herz verschlossen und haben gesagt, ich will keine Wiederherstellung mehr. Aber der Herr möchte dir sagen, ich möchte dein Herz heilen und ich möchte es sehr wohl wiederherstellen. Und es wird nicht so sein, wie es in der Vergangenheit war, sondern es wird neu sein. Ich sehe, wie der Herr übernatürliche Versöhnung bringt zwischen einer ganzen Anzahl von Menschen. Also wirklich viele Menschen werden in übernatürlicher Versöhnung miteinander leben. Aber es wird nicht so sein, okay, wir versöhnen uns, wir machen so weiter, wie es vorher war. Sondern es wird eine göttliche Versöhnung stattfinden und eine göttliche Wiederherstellung. Und es wird besser werden und herrlicher werden, als es vorher war. Und ich sehe, dass Jesus selbst diese Einheit bringt. Dass Jesus selbst dieses wunderbare Wirken tut. Und plötzlich einige von euch, und ich werde das ganz, ganz schnell erleben. Einige von euch, ihr habt gebrochene Beziehungen hinter euch. Und ihr habt seit Monaten, manche sogar seit Jahren, keinen Kontakt gehabt mit diesen Personen mehr. Weil ihr nichts mehr damit zu tun haben wollt. Und ihr werdet plötzlich merken, wie diese Personen plötzlich wieder in eurem Leben auftauchen werden. Aus dem Nichts heraus. Und daher möchte ich sagen, ich bin derjenige, der ist du. Weil ich habe Versöhnung ausgerufen über meinem Volk. Und es wird eine neue Einheit entstehen unter dem Volk Gottes. Und es wird keine gemachte, gekünstelte Einheit sein. Es wird keine Einheit sein, die ein Mensch versucht zu fabrizieren. Sondern es wird eine Einheit sein, weil das Volk Gottes dem Bräutigam nachfolgt. Und sie werden vor dem Bräutigam vereint sein. Und ich sehe, wie so viele Menschen, die absolut nichts mehr miteinander zu tun haben, plötzlich hören sie die Stimme des Bräutigams und sie folgen dem Bräutigam nach. Und während sie dem Bräutigam nachfolgen, finden sie die Leute, die wieder neben ihnen stehen, mit denen sie vorher zusammengingen, aber nicht mehr versöhnt waren. Jetzt seit langer Zeit. Und plötzlich findet wahre Versöhnung wieder statt. Und ihr werdet sehen und erkennen, dass das ein Wirken des Herrn ist. Und der Herr möchte sagen, verschließ dein Herz nicht länger. Und erlaube mir, dich zu versöhnen. Ich sehe auch, dass eine ganze Anzahl von Menschen, die haben Desaster erlebt in ihren Finanzen. Also wirklich Desaster. Einige Menschen, die haben Fehlentscheidungen getroffen mit ihren Finanzen. Aber der Herr möchte euch sagen, ich werde übernatürliche Schuldentilgung in dein Leben bringen. Und ich sehe, ich sehe einfach so, wie die Gunst des Herrn so richtig hinweg, einfach so richtig hinweg fegt über viele Menschen, die im finanziellen Chaos sind. Und wie sie plötzlich leben, dass die Gunst des Herrn und die Großzügigkeit des Herrn und die Freigiebigkeit des Herrn größer ist als deine eigenen Versagen und deine eigenen Fehltritte. Und der Herr möchte seinem Volk sagen, jetzt ist es an der Zeit, wahrhaftig zu vertrauen, dass ich der einzige Versorger bin, den du brauchst. Und ich sehe, wie eine Welle der Angst über diese Welt schwappt, vor allem über Teile Europas. Ich sehe, wie über Teile Europas eine schwarze Wolke hinweg fegt und diese schwarze Wolke ist eine neue Wolke der Angst, die viele Menschen ergreifen wird, ihr Herz ergreifen wird. Und ich sehe, wie auch viele Christen ihr Herz öffnen für diese Angst. Und wenn sie ihr Herz öffnen für diese Angst, werden sie Jesus nicht mehr sehen und dadurch sehr viele falsche Entscheidungen treffen. Und der Herr möchte seinem Volk sagen, verschließ dein Herz vor dieser finsteren Wolke der Angst und lass dein Licht leuchten. Und ich sehe, wie der Herr seine Kinder zurückruft zu wirklich simpeln, einfachen, kindlichen Vertrauen. Weil der Herr sagt zu seinem Volk in Europa, jetzt ist es Zeit, mir einfach und kindlich zu vertrauen. Wie ein kleines Kind sich fallen zu lassen in die Arme des Vaters, so sollt ihr euch jetzt fallen lassen in meine Arme und mir vertrauen. Denn die Realität ist nicht so schlimm wie die Angst selbst. Und diejenigen, die ihr Herz der Angst gegenüber verschließen, und diese finsteren Wolken nicht erlauben, in ihr Herz einzudringen, sind diejenigen, die im Glauben und im Kühnheit und im Mut vorangehen werden und als Licht strahlen werden für die anderen Menschen um sie herum. Und es wird eine Welle bekommen, eine Welle wird kommen von Bekehrungen über den deutschsprachigen Raum. Aber diese Welle der Bekehrungen wird nicht kommen, weil Gott einfach souverän etwas tut, sondern weil die Kinder des Herrn gelernt haben, ihm kindlich zu vertrauen. Und diese Kinder Gottes, die gelernt haben, ihm kindlich zu vertrauen und ihr Herz nicht öffnen für diese Angst, das werden die Kinder Gottes sein, die viele andere Menschen zum Herrn führen werden. Menschen, die heute sich selbst als klein finden, Menschen, die heute denken, wer bin ich, was kann ich tun? Der Herr möchte zu ihnen sagen, doch, du kannst viel tun, du kannst dein Herz verschließen vor dieser Wolke, die über Europa fegt. Wenn du dein Herz verschließt und mir kindlich vertrauen lernst, wenn dein Herz nach mir schreit und sagt, Jesus, hilf mir doch, ich will dir tatsächlich vertrauen lernen, dann werde ich dich auch verwenden, um viele Menschen zu mir zu führen. Ich sehe, während diese finstere Wolke über große Teile Europas schwebt, sehe ich, wie in vielen Häusern das Licht angeht, ganz starkes Licht und dieses Licht, das angeht in vielen Häusern Europa, das sind die Kinder Gottes, die ihm gelernt haben zu vertrauen und zu diesem Licht werden viele andere hinzugezogen werden und der Herr sagt, die Wolke des Glaubens ist stärker als die Wolke der Angst. Vertrau mir, Vertrau mir, Vertrau mir. Oh, danke Jesus. Es ist halb zehn, ich gehe nach Hause. Wir haben hinten einen Büchertisch, da gibt es glaube ich alle meine Bücher oder nicht alle oder viele, also da hinten in der Ecke ist ein Büchertisch, da gibt es alle meine Bücher. Ich habe noch zwei Dinge mitgebracht, morgen zeige ich euch dann, einen kurzen Videoclip von Brasilian Kids Care. Für die, die nicht tägliche oder monatliche Rundbriefe kommen von Brasilian Kids Care, wir haben eine Liste vorbereitet, wo ihr eure E-Mail-Adresse eintragen könnt. Und zwar Brasilian Kids Care ist der Verein, den ich gegründet habe, wir haben zum Ziel, 100 Waisenhäuser in Brasilien zu bauen. Warum habe ich diese Liste aufgelegt? Weil immer wieder Leute zu mir sagen, Reinhard, schick mir doch Information, was los ist. Wir haben uns dem Herrn gegenüber, ganz klar haben wir eine Abmachung gemacht, dass wir niemals, niemals, niemals einen Spendenaufruf machen werden. Niemals. Wenn Gott zu dir sagt, dass du für Brasilian Kids Care spenden sollst und du anrufst bei uns in Brasilien und mit den Leuten, die dafür verantwortlich sind, redest und wenn du sie fragst, wenn du ihnen sagst, Gott hat zu mir gesagt, ich soll euch etwas geben, welchen Betrag benötigt ihr, dann ist ihnen verboten, dir eine Antwort zu geben. Ist ihnen verboten, von mir, dem Gründer von Brasilian Kids Care. Wir werden niemals irgendeine Person auf dieser Welt um einen Cent bitten, weil Gott unser Versorger ist. Der Rundbrief ist einzig und allein da, um Informationen zu geben für Leute, die interessiert sind. Immer wieder gibt es Leute, die sagen, mein Herz bricht, ich will beten, ich will einfach irgendwie Teil daran haben und wenn du das möchtest, schreibst du auf dieser Liste deine E-Mail-Adresse in Blogschrift bitte ein. Du kannst ihn jederzeit auch abbestellen, diesen monatlichen Rundbrief. Unsere zweite Liste haben wir hier und auch wiederum nur, weil immer wieder werde ich von Menschen gefragt, irgendjemand hat etwas gesagt vom Mentoring, was ist das, ich weiß doch gar nichts. Und ihr, die mich kennt, ihr wisst das ja eh und ihr, die mich nicht kennt, ihr hoffentlich lernt, ihr mich kennen. Ich mache das nicht, um einfach irgendwelche Leute zum Mentoring bekommen, sondern ganz simpel und einfach euch zu erklären, was ich tue und was möglich ist. Wir haben ein Mentoring-Programm, das ist ein bezahltes Mentoring, wenn du mich fragst, wie viel das kostet, weiß ich nicht. Dafür habe ich Angestellte, die sich um diese Sachen kümmern. Aber es ist ein bezahltes Mentoring, da kommen jede Woche zwei 30-stündige, 30-minütige, jede, jetzt wäre sogar ich müde. jede Woche zwei 30-minütige Video-Lehren, die ich nirgendwo irgendwann irgendwo lehre oder predige, sondern ganz speziell für diese Mentoring-Gruppe vorbereite. Zweimal 30 Minuten Video-Messages pro Woche und zwölfmal im Jahr eine dreistündige Zoom-Meeting, wo ich lehre, wo man dann live interagieren kann, wo man Fragen stellen kann und wo man dann auch, wo ich auf diese Fragen auch eingehe. Zusätzlich gibt es da noch Vernetzung untereinander unter den Gruppen. Und viele Leute, ein Mann hat zu mir gesagt, mal Reinhard, wie kannst du für das was verlangen? Ich habe gesagt, hör zu, ich würde gerne alles umsonst machen, wenn du meine 15 Mitarbeiter bezahlst, mache ich alles umsonst. Eine ganz simple Geschichte. Am Himmels Willen, nein, das zahle ich nicht. Wir versuchen, so viel es nur geht und viele von euch wissen das, wir machen ständig Videobotschaften, lernen auf YouTube, Instagram, Live, tägliche Andachten, so viel wir können, machen wir völlig kostenlos, damit jeder das genießen kann. Und das Wenige, das wir nicht kostenlos machen, dient einfach dazu, um diesen Dienst, den der Herr uns gegeben hat, ganz einfach weiterzutreiben. Mir ist lieber, ich mache ein Mentoring und die Leute bezahlen dafür, ich mache irgendwo einen Spendenaufruf. Das mag ich überhaupt nicht. Und von dem her, es gibt dieses Mentoring und wenn ihr Interesse habt, da gibt es auch eine Liste, da steht drauf, Mentoring, wenn ihr euch eure E-Mail eintragt, bekommt ihr ein einmaliges E-Mail mit Informationen zugeschickt, wie ihr Teil davon werden könnt. Oder ihr geht auf reinhardhirtler.com, reinhardhirtler.com und da ist es, glaube ich, auch irgendwo drauf. Ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Ich danke euch herzlichst, herzlichst, herzlichst für diesen wunderbaren Abend. Morgen geht es um 39 weiter. Hast du noch was zu sagen? Dann komm rauf, liebe Ronny. Bleiben unten.